Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 481. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo, hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und für ein kleines Saison-Quiz gleich am Anfang der liebe Ed Dom Waits. Hi. Servus, hi. Wir hatten ja euch da draußen gefragt nach Feedback zur Saison und der lieben Dom war so langweilig, dass er sogar ein ganzes Quiz gebastelt hat, was er uns dann gleich an den Kopf werfen will. Bevor wir dazu kommen und dann wahrscheinlich sehen werden, wie schlecht wir alle in so einem Quiz abschneiden, ich habe große Hoffnung auf Marvin, dass der uns einfach hier kollektiv rauszieht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Verdammt. Die Hoffnung kann ich jetzt schon zerstören. Ich bin generell im Quiz noch schlechter, als ich im realen Leben bin. Oh, Jesus. Naja, aber wir gucken mal. Wir schauen gleich mal. Bevor wir dazu aber kommen und ihr da draußen könnt dann sicherlich mitraten, ein bisschen Housekeeping, wie sich das so immer gehört. Und ich möchte einfach mal kollektiv ein ganz großes Danke an euch da draußen rausgeben, die uns auch in dieser Saison wieder so fleißig supported haben. Sei es mit Kommentaren, mit Informationen, Beisteuern, mit Folgen an Freunde, Bekannte, was weiß ich was, weitergeben. Finanzielle Unterstützung, Grüße im Stadion oder sonstige Dinge. Einfach großartig, dass ihr da draußen uns ja auch in dieser Saison, in dieser doch turbulenten Saison weiterhin unterstützt habt. Ganz, ganz großen Dank. Ihr helft mit dazu bei oder ihr tragt mit dazu bei, dass das hier Woche für Woche aufs Neue stattfinden kann und dann auch hoffentlich in der neuen Saison so weitergehen wird. So, das an dieser Stelle. Und jetzt bin ich mega gespannt, was der Dom hier an Saisonquiz vorbereitet hat. Ich weiß von nichts. Wir hatten es extra so abgesprochen, dass ich gesagt habe, komm einfach dazu. Mach, sag mal, was müssen wir tun und wie läuft das hier ab? Ja, genau. Mir war tatsächlich in der Sommerpause arg langweilig. Die noch gar nicht so lang ist übrigens. Ja, genau. Ich bin über so zwei, drei witzige Statistiken gestoßen, die mir aufgefallen sind und dann irgendwie weitergesucht und habe geguckt. Und dann habe ich gesagt, komm, schreib es dem Eintracht-Podcast mal. Und dann hat René gesagt, ja klar, lass Quiz machen. Dann habe ich noch ein paar Fragen rausgesucht. Und jetzt sind wir bei so, ich glaube, um die 20 Fragen. So durch die Saison querbeet gemischt zu allen unterschiedlichen Themen. Und ich würde sagen, wenn ihr wollt, machen wir es so, dass ihr quasi alle einen Versuch habt. Ihr könnt gerne reinrufen, wenn ihr die Antwort wisst und wer die Antwort als erstes richtig reinruft, der kriegt von mir einen Punkt auf der Strichliste. Und so gehen wir die Fragen dann mal durch. Klingt gut. Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Lasst uns doch am Ende mal wissen von den 20 Fragen, wie viele ihr richtig habt. Schreibt es in die Kommentare, schickt es per Twitter, Facebook, whatever. Mich würde echt interessieren, wie schlecht wir im Vergleich zu euch da draußen gleich abschneiden werden. Ja, es sind aber, muss ich auch dazu sagen, es sind einige Fragen dabei. Da kann man eigentlich nur schätzen, wenn man da nicht so richtig drauf kommen kann. Aber dann machen wir es dann so, wer am nächsten dran liegt, der kriegt ja den Zuschlag. Also gut, fangen wir ganz am Anfang an. Welcher Eintracht-Spieler war im allerersten Pflichtspiel der Saison noch gesperrt? Im allerersten Pflichtspiel der Saison noch gesperrt? Kostic. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier we go, Dennis kriegt erstmal einen Punkt. Dennis, weißt du auch noch, warum Kostic gesperrt war? Rote Karte, DFB-Pokal war das ja dann gegen, oh, ich weiß aber nicht, gegen wen er da die rote Karte bekommen hat. Aber deshalb war er, glaube ich, dann gesperrt für wie viele Spiele? Sieben, waren das nicht sieben? War das immer noch dieses Top-Hack-Ding? Ja, das war gegen Bremen, glaube ich, oder? Richtig, ganz genau. Und zwar war das das letzte DFB-Pokalspiel exakt vor der Corona-Pandemie. Am 4.3.2020. Bei einem Stand von 2 zu 0 hat Kostic in der, was war es, 91. Minute noch ein grobes Foul begangen. Bitte. Gänzlich unnötig. Und war dann entspannt zwei Jahre lang gesperrt. Also er dürfte, falls er bei uns nächste Saison noch spielt, er darf jetzt wieder. Ja, genau. Okay, dann die Eintracht hatte nach dem Sieg am siebten Spieltag in München die Chance, seit langem mal wieder beide Spiele gegen die Bayern zu gewinnen. Also beide Spiele in der Bundesliga. Vor wie vielen Jahren gelang ihr das zuletzt? René, du bist der Älteste. Ja, gib gerne einfach mal alle einen Tipp ab und wir gucken, wer am nächsten Mal. Vor wie vielen Jahren hat die Eintracht zuletzt beide Spiele in der Bundesliga gegen die Bayern gewonnen? Ja, 1986. Ich habe die Saison 2002 im Kopf, frag mich nicht warum. Ich sage 87. Herzlichen Dank, ich habe von mir geraten, sag 86. Und du? 87 dürfte es gewesen sein. Okay, alles klar. Patricia, was mit dir? Ich bin so schlecht im Schätzen. Ich sage einfach, ihr seid alle in den 80ern. Nee, mit 2002 bin ich nicht in den 80ern. Das andere. Ah ja, okay, ich hätte auch gedacht. Na, ich sage 1900, nee. Super, komplett geraten. Nee, warte. Komm jetzt, sag. Ja, Mann, 1900, weiß ich nicht, 99. 1999, okay. Okay, wer hatte die Zahl, die am weitesten hinten lag, das war Marvin, glaube ich, oder? Ja, genau, 86. 86 hatte man richtig. Okay, dann packen wir da nochmal 10 Jahre drauf. Das war 76. Also 55 Jahre her. Da hat die Eintracht als erstes im Auswärtsspiel in München 3-0 gewonnen und danach im Heimspiel 2-1. Die Saison darauf ging es nochmal richtig ab. Da waren es vier Begegnungen mit den Bayern, von denen sogar drei gewonnen wurde. In einer Woche zweimal 4-0 in den Handspielen, erst im Europapokal und danach in der Bundesliga. Also so schlecht war das alles nicht. Und zu 2002, wenn ich das jetzt der Seite fußballdaten.de hier richtig entnehme, gab es da keine Begegnung zwischen den Bayern und der Eintracht. Ich glaube, da waren wir vielleicht in der zweiten Liga oder so. Ja, tatsächlich. Vielleicht hatten auch die Bayern einfach keinen Bock. Ja, das kann auch sein. Also Marvin kriegt hier den Strich von mir. Geil, ich komme in Punkt mit C in die Eintracht. So gefällt mir das. So, bei Quizzen ist das genau die Art und Weise, wie ich Punkte hole. Marvin, das ärgert mich. Ich hätte ja nur ein Jahr unter dich gehen. Ich habe mich für oben drüber entschieden. Ja, das ist ja einfach hart verpokert. Aber es war schon fachmännisch. Und das Geile ist, ich bin jetzt schon zufrieden, weil ich einfach nicht mehr mit null Punkten... Weil du einfach schon einen Punkt hast. Ja, großartig. Ja, also die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist auch so ein bisschen der Auslöser von der ganzen Geschichte gewesen. Als ich halt über die Statistiken der vergangenen Saison drüber geguckt habe, ist mir das wieder eingefallen, wie aufgeregt ich eigentlich nach dem siebten Spieltag gewesen bin, dass ich gesagt habe, oh krass, das ist ja ewig nicht passiert. Und dann habe ich mir die ganze Saison angeguckt und habe festgestellt, die Eintracht hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nur gegen drei Mannschaften alle Spiele gewonnen. Gegen die Rangers, gegen West Ham und... Ja, gegen die Rangers gab es ja auch noch einen. Ja, genau. Die Rangers gegen West Ham. Oh, lass mich mal überlegen. Alle Spiele gewonnen. Ja. In dieser Saison, ne? Hast du ja gesagt, ne? Ja, genau. Okay, gut, dann Olympiakos Pereos. Das ist absolut richtig. Here we go. Sehr gut, Martin. Erst sagt er, er hat keine Ahnung, jetzt holt er schon den zweiten Punkt. Ohne Witz, ey. Ja, aber die Finte dahingehend, also man könnte ja an Fürth denken, an Bochum, Bielefeld. Genau, genau, ja. Wie bitter eigentlich, dass wir da nicht die Spiele gewonnen haben. Wir haben halt auch die Bundesliga gerade durchgegangen und dachten mir so, nee, da haben wir doch immer, da war doch was, da war doch mal ein Unentschieden. Und dachten wir so, hä, wer soll das denn sein? Wer hat nicht so viele Siege in der Bundesliga? Ja, ja, genau. Allerdings, muss man auch sagen, die Eintracht hat wettbewerbsübergreifend nur gegen zwei Mannschaften alle Spiele verloren, nämlich gegen Dortmund und? Gegen Dortmund und? Oh, krass. Ich rate jetzt mal Freiburg. Das ist offensichtlich nicht richtig. Warte mal. Freiburg. War Leverkusen vielleicht? Oh, klingt auch nicht so. Klingt auch nicht so. Nein, ich bin so blöd. Hinspiel Leverkusen war das geile 5 zu 2. Oh, das war das beste Spiel der Saison. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Dortmund? Nee, Dortmund war ja das eine und das war ja noch eine zweite Mannschaft. Ich hätte jetzt Hertha gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das wrong ist. Also ich bin jetzt raus, ich habe ja meinen Punkt schon vergeben. Jetzt seid ihr dran. Ja, ich glaube, René, du bist der Einzige, der noch keine Antwort abgegeben hat. Ich sage es ja noch, Hertha, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es falsch ist. Dann fehlt die Patrizia. Entschuldigung, genau, Patrizia. Hertha haben wir auch komplett abgeschossen. Ja, ja, stimmt. In einem der Spiele, ja. Ja, in einem, genau. Wie ist es denn mit, wer kann das denn sein, ey, Hoffenheim? Okay, here we go. Das tut mir echt leid, das war wahrscheinlich, ich glaube, es war die einzige Fangfrage. Natürlich Waldhof Mannheim. Oh, das war zu obvious. Ich habe ernsthaft übernachgebracht. Nee, dieses Wettbewerbsübergreifen, das hat mich wieder gecatcht. Boah, das war schon fies, ey. Ich habe den FB-Pokal gar nicht als Wettbewerb gezählt, weil der irgendwie nicht gesetzt war. Ich habe die ganze Zeit nur so Euroleague, kann es ja nicht sein. Na, da muss es ja Bundesliga sein. Ja, der FB-Pokal komplett unter unserem Niveau, erstmal ausgeblendet. Boy, oh boy, ey, fies. Aber gut, alles klar. Okay, keine Punkte. Okay, welcher Spieler, der in der vergangenen Saison gegen die Eintracht betroffen hat, hatte den höchsten Marktwert? Haaland. Richtig. Sehr gut. Marvin warst früher auf jeden Fall, ja. Okay, nächste Frage. Was war der höchste Tabellenplatz, den die Eintracht in der Saison hatte? Auch wieder, wer am nächsten dran ist. Wurscht, auch in der Schätzfrage. Sechster. Das ist absolut richtig. Here we go. Weißt du noch wann? Nein, sehr früh wahrscheinlich, oder? Ja, einigermaßen. Und zwar war das am 17. Spieltag nach dem 1-0 zu Hause gegen Mainz. Ja, okay. Okay. Ja. So, dann mal was, was einigermaßen schön ist. Wie viele Spieler unterschiedlicher Nationalitäten standen bei der Eintracht maximal gemeinsam in der Startelf? Unterschiedlicher Nationalitäten. Maximal. Ja. Das ist tough, ehrlich gesagt. Sieben. Ich hatte zehn gesagt. Schauen wir mal. René, du darfst noch. Ich überlege gerade. Maximal. Das ist jetzt schwierig. Neun oder zehn? Das ist die Frage, wie gut ich gezählt habe. Ich sage mal zehn. Ja, dann gebe ich euch beiden nämlich mal zwei Punkte. Die richtige Antwort ist elf. Anstatt? Ja, kein Scheiß. Das sind keines kleines technisches Detail an der Stelle. Timothy Chandler ist in Frankfurt geboren, aber Nationalität ist Amerikaner. Und wenn er gespielt hat, hat meistens weder Durm noch Lenz gespielt. Und somit stand halt auch nur ein deutscher Spieler, nämlich Kevin Trapp manchmal, auf dem Spielfeld. Damit kommst du bei der Eintracht tatsächlich auf elf Spieler unterschiedlicher Nationalitäten in dem einen oder anderen Spiel. Das finde ich irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall. Maximal nicht an Chandler gedacht. Egal, wie ich gezählt habe, war immer Knauf auf rechts. Ja, der kam ja relativ später erst mit dazu. Ja, 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 ja. Chandler hatte ich auch komplett ausgewendet. Aber sowieso geil. Ich habe immer gedacht, Trapp ist ja der eine Deutsche und dann war irgendwie bestimmt immer mal Rode oder Chandler. Oder also Chandler habe ich irgendwie auch als Deutsch gezählt, was ja stimmt, ja. Oder halt Lenz, keine Ahnung wer. Also irgendwie zwei Deutsche sind doch immer mal so dabei und dann bin ich irgendwie davon ausgegangen. Ja, okay. Aber geil, wie man sieht, wie multiperspektivisch das betrachtet werden kann und wie viele unterschiedliche Nationen dabei sind. Japanische Nationalspiele, Abore beispielsweise, irgendwie aus Kolumbien. Also da ist schon viel dabei, ist schon geil. Ja, finde ich auch. Great. Dann, ich schreibe mir ganz kurz nochmal den Punkt ab. Also das waren René und Marvin, ne? Yes. Marvin räumt ja echt ab hier. Erst totales Understatement und jetzt irgendwie schon so auf Bayern-Kurs. 20 Punkte vorneweg. Ja, 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 nee. Ziel ist nicht letzter zu werden. Alles klar. Okay. Das Stadion, welches Gegner ist der Eintracht? War von der Kapazität her am kleinsten? Fürth? Ach nee, warte. Wettbewerbsübergreifend? Ja. Dann Antwerpen. Ha! Waldhof. Nee. Waldhof ist größer tatsächlich. Waldhof hat unter 20.000. Aber es ist auch so ein bisschen eine Trickfrage. Dennis hat noch nicht. Warte. Dennis hat noch nicht. Was bei den Quali-Spielen noch von der Euroleague vielleicht? Wer war denn da noch dabei? Äh. Hm. Nee. Ich habe noch gar keine Quali gehabt. Nee. Nee. Hat man nicht, ne? Ich habe die richtige Antwort auch an der Stelle schon gehört. Ist Royal Antwerpen gewesen. Ah, war Antwerpen. Okay, okay. Richtig. Und zwar mit knapp 500. Plätzen weniger als Fürth. Oh, krass. Ich habe an Fürth nicht gedacht, weil ich die nicht in Bundesliga verordert hatte. Aber Antwerpen, da war ich halt ein kleines Stadion. Wie viele Tausend sind es? Ich habe es akustisch verstanden. Wie viele Tausend? Genau. Und zwar, das Stadion in Antwerpen hat 16.144. Und das Stadion von Fürth hat 16.626 Plätze. Ich habe meine Antwort in dem Moment bereut, indem ich mir dann dachte, ach nee, wettbewerbsübergreifend, oder? Da war doch bestimmt in Europa irgendwas. Das war aber auch genau das Tricky-Fragen. Hat mir auch dann auch den Hinweis gegeben, also insofern, naja. Ja, genau. Apropos Fürth. Okay, sorry, vergesst den blöden Übergang. Aber Marvel 5, Dennis 2, René 1. Patricia, noch keinen Punkt. Gut. Hast du mich gerade Fürth genannt? Entschuldigung. Valencia ist nicht mehr die Schweiz jetzt offiziell. Alrighty. Oh Mann, ey, es tut mir echt leid. Ich sollte eigentlich wegen Grippe im Bett liegen und ich, naja. Ich bin noch schlimmer raus. Ich habe gedacht, wir haben Quali gespielt. Also tut mir leid, dafür gibt es normalerweise drei Minuspunkte. Dass wir gewonnen haben, hast du aber mitbekommen, Dennis. So als Frage am Rande. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Nein, wird jetzt erst mal gefeiert. Für die nächste Frage gehen die Props raus an die Internetseite luftlinie.org. Für welches Auswärtsspiel ist die Eintracht am weitesten gereist? Für welches Auswärtsspiel ist die Eintracht am weitesten? Wettbewerbsübergreifend? Ja, ja, kann ja. Istanbul. Ja. Wobei Luftlinie von Frankfurt? Naja. Ja, oder, keine Ahnung. Ja, also ist richtig. Istanbul ist richtig. Aber es ist gar nicht so weit auseinander, wie man denkt. Und zwar, nach Piraeus sind es 1800 Kilometer. Nach Sevilla sind es 1830 Kilometer. Und nach Istanbul 1870 Kilometer. Okay, okay. Krass. Wow. Ich hätte gedacht, Piraeus ein Stück weiter ist. Aber Geografie war nie meine Stärke. Okay. So, wieder ein Punkt für Marvin. Ja, richtig. Ist wieder ein Punkt für Marvin. Dann habe ich hier die nächste Schätzfrage. Wie viele Tore hat die Eintracht nach der 90. Minute erzielt? In allen Wettbewerben? Acht. Nach der 90. Das hast du gesagt? Ja, also ab 90. Genau. Okay. Also es sind ja schon mal sehr viele, weil Elfmeter aus dem Elfmeterschießen. Die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ah, okay. Genau. Die habe ich nicht mitgezählt. Aber ich habe das Ding mitgezählt, was eigentlich ein Eigentor gewesen wäre, aber durch die Flanke entstanden ist, was dann hinterher erst mal zugeschrieben wurde. Genau. Ja, okay. Okay. Ich bleibe bei acht. Ich mache sechs. Dann gehe ich auf neun. Ah, here we go. Ich wollte gerade Punkte teilen, aber Patricia hat sieben genannt und das ist richtig. Jawohl. Da ist er da. Sehr gut. Jetzt kann es losgehen. Ja. So, wir sind, genau. Ich bin mit der ersten Seite von meinen Fragen fertig. Sind so zweieinhalb circa. Also, welche beiden Spieler aus den Relegationsspielen gegen Nürnberg haben in der vergangenen Saison noch für die Eintracht gespielt? Chandler und? Hasebe. Ja, richtig. Das ist sehr gut, Marvin. So schnell, ey. Tut mir leid. Genau. Dann die nächste Schätzfrage. Antwort so in Tausendern einfach. Eintracht Frankfurt hat inzwischen 100.000 Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind im Laufe der vergangenen Saison in etwa dazugekommen? 30.000. Im Verlauf der vergangenen Saison. Ah, okay. 18.000? Oder ist das zu viel? 12. Ja, hätte ich auch. Sag mal 10. Ich habe keine Ahnung. Hat jeder? Es hat jeder, ja. Ja. Es sind circa 7.000 Mitglieder. Da ist Marvin schon wieder. Das ist aber ein unnötiger Punkt. Aber das ist dann schon offensichtlich lange her, dass die 70.000 irgendwann geknackt wurde. Aber das muss dann wirklich schon ein paar Jahre her sein. Ich habe ein bisschen Historienforschung auf Wikipedia betrieben und hatte einen Eintrag aus dem, ich glaube, September vergangenen Jahres gefunden. Da stand die Mitgliederzahl bei circa 93.000. Ich habe gesagt, close enough, das reicht mir. Ja, okay. Welche beiden Spieler der Eintracht sind jeweils viermal in die Kicker-Elf des Spieltags nominiert worden? Evan, Dika und? Kostic. Ja. Kevin Trapp. Oh, Kevin Trapp ist gut. Kevin Trapp könnte es sein. Okay, dann gibt es einen Punkt für Marvin und Dennis. Für Kevin Trapp, das ist richtig. Genau, Kostic einmal weniger. Das sind auch die Spieler von der Eintracht, die die meisten Nominierungen bekommen haben. Natürlich ganz vorne mit dabei in der Kicker-Elf. Immer Lewandowski und Kunku. Mit jeweils, glaube ich, zehn Nominierungen gewesen. Obacht. Jetzt Storytime. Ich habe jetzt hier einen kleinen Text. Ich habe den Namen und auch die Nationalität des Spielers mal rausgelassen. Und zwar, für seine Leistung am siebten Spieltag in München wurde Kevin Trapp zum Kicker-Spieler des Spieltags geehrt. Diesen Titel holte auch ein weiterer Spieler. Julian Franzke vom Kicker beschreibt ihn wie folgt. 23 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als der gerade erst eingewechselte Spieler nach einem feinen Spielzug durch die Mitte zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor auftauchte und VfB-Keeper Florian Müller aus spitzem Winkel prüfte. Weitere 49 Sekunden später zappelte der Ball im Netz. Wie in der Halbzeitpause besprochen, lauerte der 25-Jährige bei einem von Christopher Lenz präzise ausgeführten Eckball im Rückraum und feuerte den Ball per artistischer Direktannahme aus 16 Meter links unten unhaltbar ins Tor. Es war ein Treffer der Kategorie allererste Sahne. Zum spielentscheidenden Faktor wurde der Nationalspieler seines Landes, das habe ich jetzt umschrieben, schließlich in der 77. Minute, als er zentral aus 20 Metern zum Abschluss kam und der Ball von Stuttgarts Mavropanos unhaltbar zum 3-2-Sieg abgefälscht wurde. Um wen geht's? Kostic. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Kostic. Das ist auch richtig, was machst du denn? Ich habe Kostic verstanden. Nein, nein, tut mir leid. Kostic. Genau, es ist Kostic gewesen, so ist es nämlich. Okay, na gut. Kostiz mir leid. Respekt, ja. War auch wieder super schnell, Marvin. Also im Sinne von, sehr gut, sehr gut. Hast du, wie viele Internetzeiten hast du gerade offen währenddessen? Ja, doch, Twitter habe ich auf. Twitter. Marvin ist einfach the brain. Kurze Zufriedenfrage. Habe ich immer noch mehr Punkte als Patrizia? Ihr habt exakt gleich viele Punkte. Verdammt. Oh, sehr gut. Okay. Hast du noch was zum Stechen? Ja. Ihr habt gleich viele Punkte, um genau zu sein. Gleich viel wenig Punkte, ja. Okay. So ist es. Dann hier mal so eine klassische Statistik. Hashtag nicht mehr mein Verein. In der Bundesliga hat in der vergangenen Saison nur ein Spieler der Eintracht eine rote Karte gesehen. Welcher Spieler war das? In der Bundesliga? Ja, in der Bundesliga. Dika? Patricia, hast du was gesagt? Ja, Tutscha, aber ich glaube, es ist Euroleague. Oh, sorry, das habe ich nicht gehört. Das ist ein Punkt für dich. Verdammt! Jawohl. Ich dachte jetzt wirklich, nee, das ist doch Euroleague bestimmt, aber. Ich glaube, da hat er sich ja auch eine rote Karte gezogen, aber er war der Einzige, der sich eine in der Bundesliga gezogen hat. Welche Spiel? Bei welchem Spiel war das? Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ich hatte es vorhin noch offen. Das sage ich dir sofort. Und zwar war es bei Tuta Bundesliga. Sekunde. Das passiert hier gerade alles live. Auch gegen Mainz. Gelb-Rot-Sperre. Ah, okay. Ja, genau. Am 17. Spieltag. So, weiter geht es mit einer eher positiven Statistik oder einem positiven Award. Welcher Spieler der Eintracht ist Bundesliga-Rookie of the Season geworden? Lindström. Richtig, Lindström. Ach, das ist das. Drei Punkte. Ja, voll, jetzt läuft's. Drei Punkte erhöht sich das jetzt hier, ja? Na ja, genau. So, und zwar, wir haben es ja alle gehört, die Eintracht hat das letzte Mal den UEFA-Cup in der Saison 79-80 gewonnen. Welche der Aussagen über die darauffolgende Saison stimmt nicht? Schalke ist abgestiegen, die Bayern wurden Meister, die Eintracht ist abgestiegen oder die Eintracht hat den DFB-Pokal gewonnen. Eintracht ist abgestiegen? Stimmt nicht. Das ist richtig. Denn die Eintracht hat den DFB-Pokal gewonnen, Bayern sind Meister geworden und Schalke ist abgestiegen. Marvin, das sind jetzt elf Punkte. Das wäre das Understatement vom Anfang schon ziemlich geil. Ich dachte ja, hier Bayern-Niveau. So, dann quatschen wir ein bisschen über die Neuzugänge. Habt ihr einigermaßen die Neuzugänge auf dem Schirm? Ja. Noch nicht. Mal gucken. Maybe. Welcher Neuzugang für die kommende Saison hat letzte Saison noch gegen die Eintracht gespielt? Bota, Bota. Lenz? Bota. Es geht ja um die neue Saison. Lenz ist ja schon da. Ich dachte, die Zugänge von Eintracht. Ach so. Okay, sorry, dann habe ich das falsch formuliert. Also genau, jetzt geht es um die kommende Saison. Und das ist Bota natürlich richtig. Der hat ja bei Antwerpen gespielt. Okay. Welcher Neuzugang für die kommende Saison hat schon mal gegen die Eintracht getroffen? Welcher Neuzugang aus der kommenden Saison hat gegen die Eintracht schon getroffen? Wow. Tough one. Bin ich raus, keine Ahnung. Polter ist ja noch nicht fix, ne? Die verlegen auch gerade besser. Das ist fix jetzt. Soll ich die Liste mal durchgehen? Ja. Hau raus. Okay, einen Moment. Ich mache auch gerade mal schnell die Liste hier an der Stelle auf. Und zwar gehen wir auf die Transfers für die kommende Saison. Die sind alle schon da. Wir haben Smolcic, Kolomwani, Jérôme Ongwene, Buta, Alidou, Marcel Wenig. Und die anderen sind Zugänger aus der U. Also von daher, genau, das sind sie. Smolcic, Kolomwani, Ongwene, Buta und Alidou. Und Wenig. Ich nehme jetzt einfach Ruani. Weiß ich nicht. Hat wenig gegen uns gespielt. Komplett geraten. Ongwene vielleicht. Ja, Ongwene ist richtig. Der hat vor zwei Jahren mit RB Salzburg gegen uns gespielt und getroffen. Ah. Ah, okay. Aber richtig geraten. Okay. Mit welchen beiden Ex-Eintracht-Spielern stand unser Neuzugang vom HSV, Farid Alidou, vergangene Saison auf dem Platz, Sonny Kittel und? Kinzombie. Ist auch richtig. Was machst du denn? Sehr gut. Machen wir das bei Podcasts leider. Post-Shots feiert. Du hast doch die, weiß ich nicht, die kompletten Fußball-Daten-Statistiken auswendig gelernt. Sorry. Okay. Dann haben wir noch die Frage, welcher Neuzugang stand in seinem letzten Spiel vor dem Wechsel als Kapitän auf dem Feld? Welcher? Eintracht? Ja, welcher Neuzugang für die kommende Saison auch stand in seinem letzten Spiel vor dem Wechsel zur Eintracht als Kapitän auf dem Feld? Also der hat noch nicht für die Eintracht gespielt, aber in seinem letzten Spiel war er Kapitän. Spolchic. Ja, ist richtig. Sorry. Ich muss erst mal überlegen, wer da alles auf der Liste steht. Yeah, time. Okay, sorry. Gut. Dann haben wir hier jetzt noch zwei mehr oder weniger einfache Fragen und eine Schätzfrage und dann sind wir auch, dann seid ihr erlöst. Also, gegen welchen der beiden Aufsteiger in die Bundesliga hat Frankfurt mehr Siege als Niederlagen? Welchen der beiden? Der jetzt neuen Aufsteiger. Richtig. Der jetzt neuen Aufsteiger, also für die neue Saison. Genau. Ich muss erst mal überlegen, wer aufgestiegen ist. Marvin weiß es und hält sich zurück. Nee, nee, ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine Schätzfrage. Ja. Patricia, was wolltest du sagen? Keine Ahnung. Bremen. Ja. Wäre jetzt auch mal eine Verbotung gewesen. Ich glaube, es ist Schalke, weil die Schalke eine schlechtere Phase hatten und öfter abgestiegen sind. Aber gut, schauen wir mal. Gut, Marvin, 16 Punkte. Oh, fuck off. Trau mich auch nichts mehr zu sagen. Die hatten halt beide diese krassen Phasen. Und ich habe mich jetzt gefragt, welche krasse Phase war krasser und länger? Oder in welcher war die Eintracht vielleicht, keine Ahnung, in einer anderen Liga unterwegs? Es war wahrscheinlich auch nicht mal knapp, oder? Also, es war deutlicher Unterschied. Nee, es geht sogar. Die Eintracht hat gegen Bremen zwei Niederlagen mehr als Siege. Und gegen Schalke sind es zwei Siege mehr als Niederlagen. Also, es ist okay. Ja, gut. Okay, also, es ist relativ klaus. Genau, es ist nicht so extra, quasi eine Datenfrage. Und dann die letzte Frage zur kommenden Saison. Ich sage mal, wenn er noch bei uns spielt. Wer ist im ersten Pflichtspiel der kommenden Saison gesperrt? Dika? Wer ist im ersten Pflichtspiel der kommenden Saison gesperrt? Oh, warte mal. Oh, das erste Pflichtspiel. Das heißt, lass mich mal überlegen auch. Gab es im Pokal? Ja, genau. Ah, ich weiß es, ja. Hinti. Richtig. Sehr gut. Es war gegen Mannheim, war es auf jeden Fall, ja, irgendeine, war es glattrot oder gelbrot? Ich weiß nicht mehr. Stimmt. Der Idiot hat beim Pflichtspiel natürlich nur an Bundesliga gedacht. Ja, ich auch. Ich habe schon wieder den Pokal außen vor gelassen. Ja, genau. Hinti hat sich in der 62. eine gelb-rote, wiederholt, vorgezogen, ja. Ich dachte mir schon, irgendein Innenverteidiger wird es schon gewesen sein. Ja, kein Innenverteidiger. Irgendeiner, okay. Okay, jetzt kommt die absurdeste Frage von allen. Und zwar aus einer Chatgruppe von gestern Abend ging es um die Möglichkeit, wie viel man gewinnen könnte, wenn man auf die Eintracht setzt in der Vierer-Kombi-Wette. Also, Obacht. Nehmen wir an, wir gehen auf Tipico, das ist jetzt die Quote von gestern Abend. Und du wettest darauf, dass die Eintracht die Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League und das Spiel gegen Real Madrid im Supercup gewinnt. Wie viel könntest du gewinnen mit einem Einsatz von 5 Euro? Mit einem Einsatz von 5 Euro? Ich gebe euch einen Tipp, ihr könnt in Millionen antworten. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. 2,834 Millionen. Und ich glaube, das war schon bei, ich habe da irgendwas mit mir gesehen, der einfache Weg zum Millionär und du musstest diese Ergebnisse tippen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob da eine 1 Euro oder 5 Euro eingegeben hatte. Dann gehe ich jetzt einfach mal, tippe ich mal, dass da jemand gerechnet hat mit einem Euro und sage sogar, du kannst 10 Millionen gewinnen. Okay, ich schreibe mir das gerade mal auf. Patricia, Marvin? Ich sage 25 Millionen. Ich sage einfach 25 Millionen. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber ich habe noch nie gespielt. Ja, ich bin auch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung bei so Tippsachen. Ich sage 5,1 Millionen. 5,1 Millionen. Und am nächsten dran ist, oh, wieder knapp, verdammt. Ja, es sind 18 Millionen. Da ist Marvin mit 25 am nächsten dran. Ah, wie cool. Und damit steht das Endergebnis auch fest. Um Gottes Willen. Also gut. René, ein Punkt. Letzter, ja. Patricia, drei Punkte. Dennis, vier Punkte. Marvin, 17. Junge. Sehr gut. Marvin, Gratulation. Aber man muss sagen, fairerweise, es war ein sehr, sehr schönes Quiz mit tollen Antworten und auch mit sehr, sehr guten Hintergrundinfos. Also ganz schlimm war es bei mir. Das habe ich gemerkt, wo ich unbedingt mich intensiver beschäftigen muss, um unseren Neuzugängen. Da bin ich nämlich noch komplett blank. Nein, aber gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. War echt cool. Ja, war eine großartige Idee. Und ich bin echt gespannt, mal zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer da draußen haben. Vielleicht magst du mir die Fragen noch schicken, dann hänge ich die mit mir. Wer vielleicht das dann irgendwie nochmal in seiner Familie oder in seinem Freundeskreis noch irgendwie spielen will, der kann vielleicht mit den Fragen auch noch was anfangen. Ja, schicke ich dir gerne rüber. Wunderbar. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle auch schon und wünsche euch allen noch ganz viel Spaß bei der Folge. Danke. Gute Besserung. Erhol dich gut. Danke. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, wir kommen jetzt zu der schwierigen Frage und müssen uns entscheiden, ob wir Marvin mit diesem Understatement hier überhaupt noch mitmachen lassen. Ja, zumindest noch 15 Minuten, die habe ich noch. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich hätte ein paar Punkte mehr machen können, wenn Marvin nicht so schnell gewesen wäre. Weil so ein paar Sachen hätte ich mir gedacht, wenn ich so ein bisschen überlegen hätte können und so langsamer antworten hätte können. Wahrscheinlich wären es dann statt drei vielleicht fünf Punkte, aber immerhin. Ja. Noch bitterer. Es gab ja teilweise Doppelpunkte, also dass es zwei Leute Punkte bekommen haben. Da muss man sagen, hätte es am Ende noch schlimmer aussehen können. Nein, Quatsch. Aber wirklich eine coole Idee gewesen. Also für mich hätte es fast nicht mehr schlimmer aussehen können mit dem einen Punkt. Das stimmt, René. Trostpunkt. Das war wirklich noch schlimmer fast. Nein, aber auf jeden Fall eine coole Sache und schön, dass er sich da die Mühe gemacht hat. Das ist echt großartig. Ja, ich glaube, das hat auch schon ganz viel von unserem Saisonrückblick so aufgenommen. Ich glaube, da waren ja auch schon ganz viele Aspekte dieser Saison drin, die man auch irgendwie so komplett irgendwie wieder vergessen hat. gegen welche Mannschaften wir irgendwie verloren haben und wie das so mit den Sperren war. Ich hatte auch wirklich komplett nicht mehr auf dem Schirm, dass Herr Kostic da ja nicht gespielt hat, weil er ja diese lange Sperre hatte. Und aufgrund dessen, dass wir ja zweimal hintereinander in der ersten Runde auch ausgeschieden waren, einfach jetzt über mehrere DFB-Pokal-Wettbewerbe da gesperrt war. Naja, komplett nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn man das mal so rückblickend überlegt, ist das halt echt schon krass, was es so für Ausreißer immer wieder gibt. Tja, echt spannend. Auf jeden Fall. So. Was ist euch denn sonst noch so von dieser vergangenen Saison, außer dem Europa-League-Sieg so im Gedächtnis geblieben? Was war denn für euch so dieser einschneidendste Moment rückblickend? Nichts, ich habe so ein Reset gemacht, als wir diesen Pokal gewonnen haben. Das ist so mein einziges einschneidendes Erlebnis für die nächsten Jahre. Und alles davor habe ich komplett ausgeblendet. Und ich glaube, ich bleibe dabei einfach. Das fühlt sich gut an, weil man sich dann nicht über vielleicht Sachen ärgert, die passiert sind während der Saison. Gehe ich fast mit, Patrizia. Ich muss aber sagen, ich habe vieles der europäischen Euro-League-Saison, sage ich jetzt mal, noch abgespeichert, wenn du dann auch noch Barcelona und sowas dazurechnest. Das ist sowas, das habe ich natürlich auch noch mit im Hinterkopf. Nicht nur den Sieg, aber ansonsten das Alltagsgeschäft weg, ab in die Tonne, Reset-Format und dann ist alles gut. Natürlich müssen wir hier an der einen oder anderen Stelle irgendwann es nochmal aufarbeiten. Müssen wir es? Ich weiß es nicht. Natürlich sollte man vielleicht für die neue Saison, es muss sich viel grundlegend ändern. Aber jetzt, ich bin immer noch in der Genießerphase und habe eigentlich auch wirklich, also wenn man dann an den Sieg oder auch an Barcelona denkt, wie einfach das Stadion komplett übernommen wird und so weiter, da geht heute noch das Herz auf. Und das ist einfach schön, dass man nach eigentlich so einer verkorksten Runde am Ende sagen kann, es war doch sehr viel, auch sehr, sehr, sehr geil. Ja, also ich stimme euch da also emotional vollkommen zu. Also mir ist ja auch ehrlich gesagt, ich glaube, Patricia, wir haben am Montag mal drüber gesprochen, dass wir auch gesagt haben, ja, okay, wir wissen, Eintracht ist irgendwie im Tabellenmittelfeld angekommen, aber es wäre jetzt auch egal gewesen, ob der jetzt 13. 9. oder so, weil das echt nicht mehr im Fokus war. Und man war emotional auf einer anderen Kiste und es ist auch scheißegal, was der Bundesliga dann im Endeffekt, was man da rumgekommen ist, sondern wichtig war halt, dass es diesen unfassbaren Erfolg, den ich erst langsam begreifen kann, wirklich in der Euroleague gab, der jetzt und sogar in die Champions League dreht. Das kann ich immer noch kaum verarbeiten. Aber wenn ich darüber nachdenke, wo ich dann auch sage, okay, wo waren denn so ein bisschen so die Schaltstellen, die das, ja, das auch möglich gemacht haben, wo ich auch drüber gesprochen habe oder drüber nachgedacht habe, wo ich sagen muss, ja, das war so ein Knackpunkt, René, du hast ja eben auch erwähnt. Und das war für mich, glaube ich, da konnte ich leider nicht da sein. Aber das war für mich das Spiel, was ich dann am Fernseher verfolgt habe, beim Bierchen mit ein paar Kollegen. Und zwar war das das Spiel in Piraeus. Und das Spiel in Piraeus, was nicht geil war, es war kein richtig geiles Spiel im November. Du hast davor aber so eine Zeit gehabt, wo die Eintracht viel unentschieden gespielt hat. Natürlich waren auch geile Sachen dabei, du hast das Hinspiel gegen Piraeus gewonnen, du hattest das geile Ding gegen die Bayern, ja, aber es waren immer auch wieder Niederlagen. Es waren immer auch wieder Niederlagen, du hast gegen die Hertha verloren, du hast dieses Ding gegen Bochum verloren, wo du normalerweise sagst, Alter, das darf nicht passieren, das darf einfach nicht passieren. Und dann ist es bei Piraeus so gewesen, der, ich will doch mal sagen, so ein bisschen der Tritt von Glasner, ja, der ja dann auch wutentbrannt, was weggeteilt hat. Weil der den Ball da auf die Tribüne gepfeffert hat. Genau, und mit dem Tor von Jens-Peter Heuger, ich glaube, das war so ein bisschen so die Zündung für die Saison, die ja danach auch ein bisschen besser geworden ist. Und das war so einer der Momente, wo ich sage, vielleicht war das so der Klick-Moment, wo Dinge auch ein bisschen besser zusammengelaufen sind. Ja, also es war auf jeden Fall ein Rüttler in der Mannschaft in der Saison, die ja jetzt auch nicht so easy gelaufen ist. Wenn man mal überlegt, wie wir in diese Saison auch reingestartet sind, fallen wir mal ganz vorne an mit der Saisonvorbereitung. Wir waren ja in diese, wir sind ja mit einem großen Umbruch in die Saison gestartet. Das hat sich ja viel auf entscheidenden Positionen verändert. Krösche als neuer Sportvorstand, der im Mai letzten Jahres, also vor über zwölf Monaten verkündet wurde und dann ja seine Arbeit angefangen hat. Olli Glasner als neuer Cheftrainer, der vier Wochen später angekündigt wurde und dann kurz danach seine Arbeit begonnen hat, dann hattest du relativ schnell nach dem Saisonbeginn oder nach dem Beginn der Saisonvorbereitung, muss man ja sagen, den Abgang von Silva, der ja dann so out of the blue kam. Dann hattest du relativ spät auch erst durchaus ja wichtige Verpflichtungen, wie in Heuge, der erst Mitte August kam, tatsächlich nach dem DFB-Pokalspiel erst dann auch offiziell war, Njakic, der erst irgendwie ganz zum Schluss irgendwie kam, Ende Transferphase, wo wir alle ja auch noch drauf gehofft haben, kommt da vielleicht noch irgendwie ein Stürmer, kam mit Lammers, hat jetzt nicht wahnsinnig viel in der Saison so auf den Platz beigebracht und dann hatten wir ja auch noch um den, um die ersten Spieltage rum noch diesen Ärger mit Kostic, wo ja dann auch diese Unstimmigkeiten mit dem Berater etc. waren, also da ist auch sehr schwierig in diese Saison einfach auch komplett reingestartet und den ersten Bundesligasieg hatten wir auch erst am siebten Spieltag gegen die Bayern, was ja Dom gerade eben angesprochen hat. Also es war schon auch eine schwierige Situation, von daher würde ich dir da komplett zustimmen, dass dieses Spiel gegen Pireus, wo ja dann auch aus meiner rückblickenden Betrachtung so dieses ganze Ausprobieren und so weiter, wo wir auch immer wieder Spielsysteme gewechselt haben, mal Viererkette, mal Dreierkette, Fünferkette, sich das so ein bisschen irgendwie angefangen hat, zusammen zu raufen. Also es war ja auch ein schwieriger Einstieg, wenn man so auf die ersten Spieltage einfach auch guckt in dieser Saison. Ja, das ist es halt. Also irgendwie keine Ahnung. Das war für mich einer der prägenden Momente. Patricia, hast du da auch noch so vielleicht so ein, zwei Momente, wo du sagen würdest, okay, in der Liga vielleicht nicht so, aber dann für den Europacup dann noch? Ja, ich weiß es gar nicht. War das auch zu der Zeit rum, als Glasner dann irgendwann angefangen hat, diese Doppelzehen regelmäßig zu spielen und einfach vorne nur noch Boree zu haben, weil ich finde, das war ja dann das System, was er gefunden hat, was scheinbar am allerbesten funktioniert, was die Top 11 ist. Und ich finde, ab dann ging's. Ich weiß nur leider überhaupt nicht mehr, ab wann das so normal wurde, weil ich weiß noch, es wurde ja viel ausprobiert und Lammers hat man ja irgendwie auch durchgeschleppt und man hat immer gesagt, Boree kann ja alleine vorne nicht. Das war aber genau der Moment, denn danach, ja, das war, also das ging einher damit, weil Heuge ist ja dann, ne, wir haben ja gedacht, okay, jetzt kommt Heuge rein, wir hatten eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt ein neuer Stürmer, das war aber dann nicht so, weil Heuge ist ja, wenn ich, jetzt müsste ich mal drüber nachdenken, für wen ist Heuge gekommen? Ich glaube, Heuge ist nämlich für Boree gekommen. Und das war dann da dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, alles klar, jetzt stellt dir doch keinen Stürmer rein, natürlich hat er relativ offensiv dann gespielt, aber im Endeffekt war dann Lammers so der einzige Stürmer und direkt danach gegen Fürth war es nämlich tatsächlich so, dass die Spielsituation so war, dass du mit zwei Zehnern und zwei Lindström und Kamada gespielt hast und Boree der Einzige vorne war. Also es geht genau in die Richtung. Ja, okay. Ja, ne, ansonsten, was, ich weiß nicht warum, aber für mich ist so ein Euroleague-Ding diese zwei Spiele gegen Betis, weil irgendwie ich da mit einem sehr schlechten Gefühl reingegangen bin. Ich weiß noch, wie wir hier geredet haben, dass es ein schwerer Gegner und was es für eine Mannschaft ist und dass die Eintracht ja irgendwie selbst nicht so gut in Form ist und die Liga nicht so läuft und irgendwie hatte ich schon großen Respekt davor. und dann hat man das aber ja eigentlich ganz gut geschafft. Also auch, ich glaube, war es das Hinspiel, was sogar sehr, sehr ansehnlich war. Seid ihr noch da? Hallo? Ja, ich bin noch. Oh, Patricia ist weg. Patricia ist auch rausgekommen. Patricia ist gegangen. Aber dann schreiben wir ihn mal. Patricia, du bist weg. Aber sie hat ja vollkommen recht, denn es ist tatsächlich so gewesen. Ja, das war ein herausragendes Fußballspiel gewesen. Das war vielleicht in dieser Deutlichkeit gar nicht so zu sehen, denn die Eintracht hat ja dann sogar nur relativ knapp 2-1 gewonnen, während eigentlich die Chancen von Boré krass waren. Also dementsprechend, das ist schon vollkommen richtig. Vielleicht kommt Patricia jetzt mal wieder. Schauen wir mal. Ja, aber Dennis, was war denn für dich? Hast du noch so einen Moment? Wir können ja jeder mal so einen Moment nennen. Also René, überleg für dich noch, was du da noch so hast. Vielleicht so einen Moment, Dennis, wo du sagst, okay, das war vielleicht so ein Knackpunkt. So ein emotionaler Wendepunkt für dich, wo du vielleicht auch in der Saison drin warst. Also du hast da schon was ganz Wichtiges angesprochen, auch wenn du dich nochmal ans Quiz erinnerst, nochmal mit der Tabellenkonstellation, wo du ja auch immer weiter hochgestiegen bist und hast dann eigentlich die Hinrunde recht erfolgreich absolviert, wo du dann auch gegen Mainz am Ende noch gewonnen hattest. Und dann war ja wie so ein, ich nenne es jetzt mal wie ein Knick drin, der fürchterliche Januar und Februar, wo du ja fast nichts geholt hast. Deshalb habt ihr beide recht. Das waren beides mal so Punkte, wo du dich wieder aufgerappelt hast und hast dich irgendwie über diesen internationalen Wettbewerb wieder in, überhaupt in das Liga-Geschäft auch zurückgekämpft irgendwie. Weil, also ich muss sagen, der Anfang, René, das hast du schön zusammengefasst, war ja wirklich grauenvoll. Wie lange wir auf den ersten Sieg dann gewartet hatten, die Leistung hat nicht gestimmt. Anfang des Jahres hatten wir das gleiche Spiel ja eigentlich wieder, dass wir wieder gesagt haben, meine Güte, was kicken die denn hier zusammen? Es geht, ich weiß gar nicht, gegen wen hatten wir da gewonnen? Ich glaube, das einzige Spiel war dann Stuttgart oder sowas. Stuttgart haben wir gewonnen, Augsburg haben wir unentschieden gespielt und der Rest waren Niederlagen. Das ist halt schon so ein bisschen der Unterschied zum generellen Saisonbeginn. Du hast die Saison reingestartet mit sechs Unentschieden in Folge. In die Rückrunde bist du halt einfach mit unwahrscheinlich vielen Niederlagen reingestartet. Ja, ja klar. Also trotzdem so dieser Negativ-Trend. Dann hast du natürlich die Gala gegen die Hertha und hast dann da gegen Betis auch, Marvin hat es ja schon richtig angesprochen, hättest ja noch viel mehr Tore machen können. Also das sind schon, das hat mir sehr gut gefallen, dass die Eintracht es irgendwie hinbekommen hat, sich auch über diese internationale Präsenz nicht nur sich da drauf zu konzentrieren, sondern dann teilweise auch sich aus diesen Löchern, denn wir haben ja dann auch wieder von der Leistung her, du hast wieder die Fans beruhigt, das Umfeld war wieder beruhigt, du bist wieder eine schöne Runde weitergekommen. Hat zwar nicht dann immer so funktioniert, dass man auch sagt, das war dann kontinuierlich und ein hohes Niveau, was wir dann halten konnten, aber am Ende, und das war ja das, was ich auch zur Einleitung schon gesagt hatte, ich gehe heute im Moment zumindest nicht danach, wie wir es geschafft haben, den Europokal jetzt in Händen zu halten, die Saison am Ende immerhin auf Platz 11 noch abzuschließen, es wäre sicherlich mehr drin gewesen, wenn man ans Leistungsgefähr, nicht so ein krasses, ja sozusagen Leistungswirrwarr hin und her gehabt hätte, dass man immer mal gedacht hat, wer spielt denn da jetzt und was ist denn da los und auf der anderen Seite Spiele noch hätte deutlich höher gewinnen müssen gegen sehr, sehr hochkarätige Gegner, aber gut, so ist es halt, im nächsten Jahr werden wir sehen, ob wir diese großen Amplituden von einer Superleistung hin zu, meine Güte, wer spielt denn da heute, ein bisschen besser in den Griff bekommen, das ein bisschen gleichmäßiger mit hohem Niveau halten können, wird mir auf jeden Fall gut gefallen, aber man steckt nicht drin und wenn da auch Möglichkeiten sind, in der Champions League mal den ein oder anderen Sieg noch zu holen, hat da sicherlich auch keiner was dagegen. Auf jeden Fall, das wäre natürlich der Optimalfall, da müssen wir mal gucken, da geht ja noch viel Zeit ins Land, bis wir dann klargezogen haben, wer dann überhaupt für die Eintracht spielt, wie es dann läuft, aber natürlich die Champions League mit dem einen oder anderen hoch, wäre absolut grandios, aber René, wenn du jetzt an diese Saison noch denkst, gab es für dich noch so ein Spiel, wo du sagen würdest, da war ich emotional drin, es kann ja vieles sein, auch eine Rückkehr von Fans beispielsweise, irgendwie so ein Spieler, der dich dann super überzeugt hat, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich plötzlich wieder da. Ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das jetzt war, aber erinnert euch noch an die eine Szene, wo Lindström auf der Außenbahn diesen Ball mit der Hacke mitnimmt und über den Gegenspieler legt, das war so ein Moment, den ich wahrscheinlich noch relativ lange im Gedächtnis habe. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr, welches Spiel, aber auf jeden Fall, was war da sehr bezeichnend für dich in der Szene, dass es doch viel zusammen geht? Ja, einfach zu sehen, dass du halt eben auch so einen Spieler dann in der Mannschaft hast, der halt auch einfach dann den Mut und den Raum und die Unterstützung bekommt, sowas irgendwie abzuliefern. Ich meine, es gibt so viele Momente, eigentlich so kleine Momente, aber die einfach auch diesen Zusammenhalt und diese ganze Mannschaft und diesen Spaß, den die auch am Fußballspielen haben, auch immer wieder erlebt. Auch wenn du überlegst, diese Geschichte mit Kostic, die ich gerade angesprochen habe, wo es ja diese Wirren gab, der aber dann ja auch wieder von allen, wo es ja auch keine großen Zerwürfnisse in der Mannschaft gab, sondern der dann halt einfach wieder auf dem Feldstand und halt abgeliefert hat und dann man sich gefreut hat, gefeiert hat. Ja, natürlich auch dieses 5-2 gegen Leverkusen, was du vorhin schon angesprochen hast, Marvin, wo wir da halt einfach eine riesige Show abgeliefert haben und Tore gemacht haben und welche Spieler da Tore gemacht haben in Zerronen, in Dika, in Lindström. Also da gab es einfach so viele kleine Momente, die diese Saison immer wieder besonders gemacht haben, wenn man jetzt mal nicht nur rein auf Tabellenplatzierungen und so weiter irgendwie guckt, die ja da, was Tabellenplatzierungen angeht, eher so Berg- und Talbahn-mäßig unterwegs war. Ja, ja klar, das ist es. Also wie du sagst, also Berg- und Talfahrt war in dieser Saison gerade in der Bundesliga halt der Fall, aber es gibt dann halt dann so Kleinigkeiten, es gibt dann so kleine Punkte, wo du denkst, ah, interessant. Allein, es sind nur so kleine Momente, die großen Momente mit dem Europacup-Sieg mit Barcelona, die haben wir ja alle schon illustriert, dass wir in West Ham waren, auch wie absurd dieser ganze Trip in West Ham war. Erinnere dich, René, als wir die Folge gemacht haben, wo ich in London angekommen bin, wo ich dann erstmal von dieser, ähm, ja, von der, ja, wie soll ich sagen, falschen, ähm, Reise- Also versucht hast, mit deiner schwulen Identität einzureisen. Ja, genau, dass ich meinen Reisepass nicht dabei hatte, ne, und dann, weil ich den alten Reisepass, also was da für Geschichten im Endeffekt dabei war, ne, dass wir auch da eine schwierige Zeit hatten, überhaupt an Tickets zu kommen, ne, das waren ja wesentlich weniger als gegen Barcelona noch ein paar Wochen zuvor, wo halt unfassbar viele Leute unterwegs waren, aber es sind halt, wie gesagt, auch diese ganzen kleinen Momente, ein weiterer kleiner Moment, liebe Leute, schreibt uns mal, was ihr denkt, was, was, oder welche euch noch einfallen, aber war beispielsweise ein bisschen mehr Einsatzzeit, die ein ganz besonderer Spieler dann bekommen hat, wo ich zum ersten Mal gemerkt hab, okay, da ist was, da entwickelt sich was, und Ansgar Knauf mein ich, und zwar, dass der am 26.2. gegen die Bayern gespielt hat, und der hat relativ lange, glaub ich, sogar gespielt, und da hab ich schon gesehen, okay, klar, gegen die Bayern funktioniert's nicht so ganz, aber das sieht schon gut aus, ne, und was macht er dann, was macht er dann ein paar Tage später gegen die Hertha, macht er dann gleich sein Tor, es war ein herausragendes Anfangssegment eigentlich für ihn, und wirklich der Moment, in dem ich gedacht hab, okay, geil, Ansgar Knauf has arrived, finally, wir haben nicht nur jemanden links, sondern auch jemanden auf der rechten Seite. Ja, ja, 67 Minuten hat er gespielt. Ah, okay, alles klar, ne, war, genau, okay. War dafür sogar relativ lang, wenn du halt überlegst, dass er davor ja quasi immer nur dritte Liga gespielt hat, ähm, ist das schon okay, und, ähm, klar, diese Entwicklung, die er dann in darauffolgenden Spielen genommen hat, und wie wichtig er dann auch an verschiedenen Stellen einfach auch für die Mannschaft geworden ist, ist halt auch, ähm, sehr, sehr wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gar nicht mehr wegzudenken, wenn wir uns überlegen, welche kurze Zeit, welche kurze Zeit das ja eigentlich war, die er mit uns gerade bislang verbracht hat, ne, und trotzdem, ich meine, er ist ab Februar erst so wirklich ins Rollen gekommen bei der Eintracht, und du denkst, okay, scheiße, wie wichtig war der denn jetzt, ne? Ich meine, überleg mal, in der Europa League zwei Tore gemacht, ähm, auch insgesamt noch ein paar Vorlagen und so, und auch was für wichtige Tore er gemacht hat, das ist nicht zu fassen, ne, und das ist ein Spieler, wo René, du eben vollkommen richtig gesagt hast, ja, der Dude war halt davor in, äh, in der zweiten Mannschaft von, äh, von Borussia Dortmund, natürlich hat er auch schon, äh, Bundesliga gespielt und so weiter und so fort, aber da kommt er eigentlich her, das ist natürlich krass, dass der, dass der Dude dann plötzlich gegen, äh, Barcelona ein Tor schießt, gegen West Ham United ein Tor schießt, ja, also ich meine, das ist halt alles nicht selbstverständlich, ne? Krass, unfassbar, und da komme ich auch nicht, da komme ich auch nicht drum rum, da wieder drüber nachzudenken, wie absurd das eigentlich ist, ne, weil das ist ja alles, das ist ja alles nicht selbstverständlich, ne? Krass, was der für eine Saison hin, ich meine, überleg dir mal, du wechselst im Winter, äh, den Verein und denkst, naja, gut, hoffentlich bekomme ich Einsatzzeit, mal schauen, ich will mich in der Bundesliga etablieren, und dann gewinnst du einen fucking Europa Cup eigentlich mit diesem Verein, das ist schon krass, und du bist maßgeblich daran beteiligt, also das ist unfassbar, also komme ich wieder ins, ins Schwärm. Zu Recht, ja, bin zu Recht, schon Wahnsinn. Hat es Patrice eigentlich nochmal hergeschafft, oder ist sie noch nicht da, ne? Nö, ich habe es hergeschafft. Ah, hallo, 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 welcome back. So, du wurdest rausgeworfen, als Betis noch war, aber genau, Marvin, du erst mal? Genau, wir wollten, wir hatten schon ein bisschen über Betis gesprochen, aber das war für dich so ein einschneidendes Erlebnis, ne? Ja, ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie so was, wo ich in der Euroleague das Gefühl hatte, dass da so ein Groschen gefallen ist, was da überhaupt möglich ist in diesem Wettbewerb. Also ich weiß nicht, das war so, nicht unerwartet, aber es war so einfach dieses schlechte Gefühl, was man vorher hatte, irgendwie starker Gegner, krasse Mannschaft, eine schwache Phase von der Eintracht in der Liga und dann schaffst du das aber gegen die und irgendwie warst du da und das waren ja auch gute Spiele, beziehungsweise ansehnliche Spiele und irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich hatte dann so das Gefühl, okay, hier geht was und irgendwas ist, also es hat sich einfach gut angefühlt, so was dann letztendlich bei rausgekommen ist, das hätte man sich ja nicht zu träumen gewagt, aber ja, das war irgendwie schon ein positiver, so irgendein positives Gefühl, was da freigesetzt wurde. Das war ja auch das erste Spiel, wo jetzt ja auch wirklich die organisierte Fanszene wieder mit dabei war, also es war ja auch das, was dann Rückkehr der Fans oder der Fanszene an der Stelle... Nee, das war abführt, oder? Nee, nee, das stimmt schon. Nee, das war abführt. Ach, auswärts, auswärts, stimmt. Ja, 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 klar. Also ich meine, René meint ja sicherlich auch so, die Fanszene, also die organisierte Fanszene, das halt auch Nordwest, also die Nordwest, wo wir im Heimspiel wieder die Möglichkeit hatten, volles Haus zu gehen, aber vorher war ja immer diese Thematik nach dem Motto, wenn nicht alle, dann keiner. Völlig richtig, völlig richtig, sorry, hat falsch verstanden, René. Gegen Betis war jetzt das erste Mal so, dass die Ultras dann auch wieder mit dabei waren, wo wieder Choreo und so dann auch angefangen hat, also auch deswegen, glaube ich, auch ein durchaus einschneidendes Erlebnis nach diesen zwei Jahren Pandemie, dann da wieder so ein bisschen mehr in Richtung Normalzustand zu wandern. Ja, ich glaube, das spielt da auch stark mit rein. Einfach, dass das Gefühl anders war insgesamt, weil da wieder, ja, was da war, was wirklich sehr, sehr lange Zeit gefehlt hat und wo man wirklich merkt, was man an organisiertem Support auch hat, also was das alles mit sich bringt und wie viel eigentlich davon abhängt, auch vom Stadionerlebnis, vom Fußball an sich, also wie sich das beeinflusst, auch das Geschehen auf dem Feld und auf den Rängen und was da wirklich gefehlt hat die letzten Jahre. Ich glaube schon, dass das auch, ja, eine große Rolle gespielt hat. Ja, klar, also für mich hat sich das dann erst mal wieder mehr wie dieses Fußball angefühlt, weswegen wir ja auch hier dieses Projekt seit Jahren machen, was ja in diesen zwei Jahren davor schwierig zu ertragen war, würde ich es jetzt mal freundlich umschreiben. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, Fußball, wie wir uns ihn wünschen und auch lieben und ich glaube, da sind wir vielleicht so ein bisschen mittlerweile oldschool oder dann halt mittlerweile schon siehst, dass Fußball oft anders konsumiert wird, was auch in Ordnung ist. Viele Jugendliche konsumieren ja auch mittlerweile nur noch über TikTok Fußball und haben eine ganz andere Bindung zu den einzelnen Spielern und bei uns ist halt natürlich der Stadiongang oder auch dieses Gefühl, Fans im Stadion zu erleben, auch Fans zu hören und das war ja auch dieses Markante, das war so ein bisschen, ja, ein bisschen Rückkehr zur Normalität und ich glaube, für uns war das auch emotional eine ganz, ganz wichtige Komponente, die hat in Sevilla ja angefangen. Definitiv. Das kann ich schon absolut nachvollziehen. Ich finde, das ist auch ein sehr markantes Datum, auch das Spiel gegen Betis in Sevilla, gegen Betis, das war schon herausragend, wenn du dir überlegst, dass du dann wieder an den Ort zurückkehrst, zumindest in diese Stadt. Da hat man ja schon ein bisschen geträumt und ich weiß schon, Phil und Tim, die Kollegen von mir, die haben damals schon so gedacht, das wäre schon geil, wenn wir da hier nochmal zurückkehren, war ja auch damals schon super Wetter, gute Stimmung im Grunde und es ist auch lustig, wie sich so viele kleine Kreise geschlossen haben. Auch da gab es ja schon die Konfrontation, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, gab es nicht da die Konfrontation mit West Ham? Ja, ich glaube, weil West Ham auch. Die waren ja irgendwie am Tag davor oder Tag danach, das hatten sie ja extra irgendwie komisch gelegt, weil sie gesagt hatten, beide Spiele an einem Tag geht nicht, deswegen hatten wir noch an dem einen Tag dieses frühe Spiel, ich erinnere mich noch, das war irgendwie 18 Uhr Eppes. Genau, und dann gab es am Tag danach dann, als die West Ham-Fans ankamen, dann die ersten Auseinandersetzungen. Geil, unfassbar, ja, ja, und auch diese ganzen Kreise, die sich dann geschlossen haben, es ist einfach, es ist geil, wir versuchen hier ein bisschen über die Bundesliga zu sprechen, aber wir merken natürlich auf der anderen Seite, das ist auch wirklich scheißegal, über die Bundesliga zu sprechen, weil wir immer wieder auf den Europacup zu sprechen kommen. Man muss halt auch sagen, dass über die Bundesliga sprechen jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend ist, wenn du dir halt auch anguckst, was möglich gewesen wäre und was du dann halt am Ende da dann auch nicht geschafft hast, dass du halt einfach unwahrscheinlich wenig Spiele gewonnen hast, kaum auch irgendwie Heimspiele gewonnen hast und das alles, ist es halt eigentlich am Ende des Tages auch sehr deprimierend, wenn man da auf die Bundesliga guckt, muss man halt unterm Strich auch sagen. Und wie du ja auch schon so recht gesagt hast, es interessiert halt eigentlich keinen, weil die Europa League und der Gewinn des Pokals und alles, was da passiert, ist halt einfach das bestimmende Element in dieser Spielzeit ist und auch die kommende Spielzeit jetzt nachhaltig prägen wird, eben durch die Thematik Champions League, die Frage, welche Spieler man damit vielleicht jetzt auch noch in der kommenden Transferperiode zur Eintracht holen kann, also das gibt da halt einfach auch sehr viel, es macht halt sehr viel aus in der Betrachtung. Da kommst du einfach nicht drum rum. Zum Glück. Zum Glück. Ansonsten wäre es wirklich bitter. Ja genau, wenn wir dieses Erlebnis nicht hätten, sondern jetzt einfach nur drüber sprechen müssten, wie es am Ende des Tages die Bundesliga so ausgegangen ist, wobei fraglich wäre, ob sie dann so ausgegangen wäre oder ob man dann nicht auch mehr Fokus am Ende wieder auf die Bundesliga gelegt hat, klar hat man die Spiele jetzt nicht hergeschenkt, aber ich glaube, jeder Spieler ist da einfach gedanklich mehr bei der Euroleague gewesen und man hat das auch sehr, auch nicht komplett irgendwie dann auch bei Planung, Kader, Aufstellung etc. außen vor lassen können, Belastungssteuerung, also ich glaube, dann wäre es nochmal ein bisschen anders da ausgegangen, aber die wichtigen Elemente, nämlich Beginn-Hinrunde, Beginn-Rückrunde, die waren da ja schon rum und die waren halt einfach schlecht, wenn wir da jetzt nur allein drüber reden müssten. Ich glaube, das wäre hier ein bisschen traurig. Bin ich bei dir, ja. Ja. Genau. Der liebe Marvin hatte angedeutet, er müsste jetzt sich verabschieden, ist das richtig? Muss Bukumar. Genau, ich muss jetzt mal, genau, ich muss mal wieder früh raus und wünsche euch noch ganz schön viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt alle mitgequizzt. Ich bin mal gespannt, was ihr bei uns dann unter unserem Tweet, zu unseren Folgentweetern rausschreibt, welche, ja, wie viele Punkte ihr gemacht habt und dann machen wir das aber nächstes Jahr wieder, würde ich sagen. Der Dom Waits. Der wird jetzt hier einfach dauerhaft für die nächsten zehn Jahre verpflichtet, hier so einen Saisonabschluss-Quiz für zu starten. Dom, wenn du das hörst, Auftrag ist raus, ne? Sehr schön. Also, gebt euch dann Mühe, weil wir brauchen einen brauchbaren Gegner für Marvin und keine Opfer wie wir. Ja, vielen Dank, ich habe den Hinweis verstanden. Ich bin mal gespannt, ich höre die Folge dann komplett, wenn sie online ist und freue mich über das, was ihr noch so geredet werdet. Also, macht gute Leben. Tschüssi, Marvin. Ciao. Ja, jetzt hatten wir über einschneidende Erlebnisse gesprochen, aber zu solchen Erlebnissen gehören ja auch immer Spieler. Wer ist denn für euch so der, der herausragende Spieler der Saison? So, Patricia, du hast doch bestimmt einen im Auge oder im Kopf. Ja, ich habe sehr viele im Kopf, aber ich glaube… Du darfst aber nur einen, du darfst jetzt hier nicht den Schweiz-Modus und einfach irgendwie 15 aufzählen. Ja, aber ich habe viele. Einen, Patricia, ich will einen Namen. Ich glaube, dann würde ich Kevin Trapp nehmen, ehrlich gesagt, weil er irgendwie immer da war, schon allein diese Ausstrahlung hat, diesen Willen, irgendwie was zu reißen. Auch, ich habe das Gefühl, die Mannschaft mitgerissen hat. Also, ich glaube, der lässt da auch nicht durchgehen, wenn sich mal irgendwie jemand hängen lässt oder so. Plus die Leistung natürlich. Also, wie viele Spiele der uns gerettet hat und was er wirklich alles geleistet hat diese Saison. Der hat, finde ich, nochmal einen richtig großen Schritt gemacht. Auch dieser Punkt, als er mal nicht so mit Nationalmannschaften mitdurfte und danach hat er irgendwie gefühlt nochmal eine Schippe draufgelegt und gesagt, ich zeige es euch jetzt. Diese gefühlte Trotzreaktion, die dann kam. Ja, ja. Und ich fand, das war erstmal mega der Boss-Move in erster Linie und in zweiter Linie hat er der Eintracht halt wirklich… Also, ich habe das Gefühl, er identifiziert sich mit diesem Verein. Er gehört hierhin und hat auch Bock, diesen Verein voranzubringen und geht dann auch voran. Und ja, das alles von hinten aus dem Tor raus, das ist ja auch nicht immer einfach. Aber wirklich krass. Also, nicht nur, dass er uns letztendlich auch die Euroleague gewonnen hat, auch diverse andere Spiele über die Saison hinweg, wie oft er noch irgendwie Punkte festgehalten hat oder was weiß ich alles. Also, wirklich Top-Spieler und wir haben es ja im Quiz gesehen, nicht umsonst einer der am meisten in der Kicker-Elf aufgetauchten Spieler bei der Eintracht, weil das war schon wahnsinnig gut. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich Kevin Trapp hervorheben. Dennis? Ja, da hat Patricia sehr viel Richtiges gesagt, damit es aber nicht zu langweilig wird und ich jetzt auch Kevin Trapp hier in höchsten Tönenlobe, dann entscheide ich mich für, oh, jetzt, jetzt, also ich muss sagen, wer mir absolut imponiert und den ich genial fand, ab dem Zeitpunkt, als er bei uns war, den haben wir auch schon angesprochen, den Spieler Knauf, als er zu uns kam, er hat eben ein Problem gelöst, was lange Zeit bei der Eintracht, trotz Besetzung mit gefühlt zehn Leuten auf der rechten Seite, nicht wirklich in den Griff bekommen wurde. Und am Anfang ja auch eher so ein bisschen belächelt und, ah, jetzt probieren sie ein bisschen, da wieder noch einen neuen einzusetzen. Und am Ende, das für mich die absolute A-Lösung war, ja, muss ich sagen, ist er jemand, der mir sehr gut gefallen hat, der einfach einen unglaublichen, schnellen Zugang zur Mannschaft hatte, total sympathisch natürlich auch, ja, gefällt mir richtig gut, ist wichtig, klar hätten wir jetzt die anderen auch, ihr habt es ja schon gesagt, oder Patricia hat ja auch schon gesagt, man tut sich schwer, hier einen rauszuwählen, weil es gibt so die Klassiker, natürlich einen Kostic hat, wie der gezeigt, was er kann und ein, was ihr auch vorhin schon gesagt habt, mit Lindström, der neu reinkam, Rookie des Jahres und so weiter. Aber ich finde, Knauf ist für die kurze Zeit, die er da war, hat er so viel und so schnell bewegt und eine so eklatante Lücke endlich mal mit Leben gefüllt, dass ich nicht jedes Mal gesagt habe, okay, bei rechts kannst du eigentlich vergessen, weil die sechs Optionen, die wir da haben, funktionieren alle nicht, nein, wirklich jemand, der mir sehr gut gefallen hat. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, Daumen hoch für ihn und würde mir gefallen, auch ihn nicht nur, ist er noch ein Jahr jetzt bei uns, ich weiß gar nicht, oder zwei? Ja. Wie ist denn das? Eins, ja, okay. Der war zwei Jahre geliehen jetzt? Also, wer dann? Ich glaube, sogar länger war das nicht zweieinhalb? Ja, weil wir haben ihn ja erst in der Halbrunde geholt, ne? Ach so, wir haben ihn ja erst zur Hälfte gekommen, ja. Genau, der kam ja im Winter und ich meine, er ist für zweieinhalb Jahre. Aber dann ist er ja nicht, muss er dann im Winter zurück, oder was? Nee, das halbe Jahr und dann noch zwei volle Spielzeiten. Ach so. Stimmt, das ist er. Ja, da haben wir hoffentlich noch viel Spaß an ihm, weil er ist im Endeffekt für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Nee, eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre, genau. Also er ist jetzt noch eine Spielzeit da, ja. Ja, Juni 23 ist Leihende. Ja. Ich glaube, Dortmund ist auch, auf der einen Seite werden die sich wahrscheinlich so ein bisschen ärgern, so nach dem Motto, wie konnten wir den Spieler irgendwie in der dritten Liga versauern lassen, warum ist uns das nicht aufgefallen? Auf der anderen Seite werden die sich die Hände reiben und sagen so, entweder kommt da ein sehr guter Spieler zu uns zurück oder wir machen richtig Kohle mit ihm. Ja, auf jeden Fall, also besser entwickeln und mehr Spielzeit und so weiter, das ist doch genau das, was ein Verein haben will. Und ja, das war ein richtiger Boss-Move, finde ich, von Dortmund, jemanden da auszu-, ja, sozusagen an eine Potenzial-Mannschaft zu geben, die ihm dann diese Spielzeit geben kann. Und bei der Eintracht muss man ja wirklich sagen, er hat sich zum absoluten, ja, Führungsspieler ist jetzt noch ein bisschen überzogen, aber auf jeden Fall jemand, auf den du ein Gerüst aufbauen könntest, was gefährlich ist, wenn jemand natürlich nur noch eine Saison da ist. Aber müssen wir schauen, was da nachdenkt. Ja, gut, wer weiß, was da für Klauseln und Vereinbarungen drin sind. Richtig. Vielleicht lässt sich da das eine oder andere noch rausholen. Ich hoffe es zumindest. Also, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn wir dann in der Saison 23-24 dann nachher ohne Spieler auf dem rechten Flügel agieren müssen. Das ist ja hier ganz grauselig. Aber René, jetzt wird es hart auf hart kommen. Hart auf hart. Genau, du musst dich entscheiden. Ich darf jetzt auch nur einen Namen nennen. Das gleiche Ecke gilt für mich wahrscheinlich auch, nehme ich an. Klar, selbstverständlich. Ja, ich hatte auch kurz überlegt, Trapp, aber ich habe mich dann für einen anderen Spieler entschieden, der aber aus meiner Sicht nicht minder wichtig ist, nämlich Jibril So, der auch aus meiner Sicht nochmal eine gigantische Entwicklung in dieser Saison mitgenommen hat, der nicht immer so diese vielen auffälligen Momente hatte, die aber auch aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig waren. Aber wenn er nicht gespielt hat, und da hatten wir ja durchaus ein paar Spiele, hast du es halt sofort gemerkt. Ja, der stand tatsächlich auch bei mir auf der Liste. Also, das ist einer dieser Spieler, wo du auch das Gefühl hast, der hat nochmal einen riesen Schritt gemacht, wie du schon gesagt hast. Und vor allen Dingen ist das ein Spielertyp, den wir nicht ersetzen können, also den du sonst so im Kader nicht hast. Also, was er mitbringt, bringt kein anderer auf seiner Position mit. Und man merkt es halt, also auch, ich denke halt bei ihm immer sofort an diese krassen Pässe, die der rausgehauen hat, über etliche Meter, passgenau auf den Spieler, der dann vorne angenommen hat. Also, flacher Steckpass durch die Mitte in den Lauf von Lindström über 30 Meter, wo du denkst so, okay, krass. Das musst du erst mal sehen, und dann musst du es auch erst mal so umsetzen, dass das dann auch funktioniert. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Ja. Ein immens wichtiger Spieler aus meiner Sicht. Gut, dass wir da noch ein paar Jahre Vertrag haben, und wie du so richtig gesagt hast, wenn er halt ausfällt, du wüsstest halt aktuell nicht, wie du ihn kompensieren sollst. Ich meine, gut, auf der rechten Außenbahn haben wir das auch nicht, aber da haben wir uns halt mittlerweile irgendwie dran gewöhnt, aber da hätten wir halt keinen. Klar kannst du dann immer noch einen Rode und einen Jakic oder auch einen Rustic, aber die haben halt nicht dieses Spielverständnis, diese Übersicht, das ist halt einfach auch immens wichtig. Bin ich voll bei euch, also so super wichtiger Spieler, was eigentlich krass ist, wenn du jetzt hier schaust, und ja, wir sollen nur einen Spieler, und wir sollen im Endeffekt hier, es sind sehr viele Namen ja auf den Listen, denke ich mal bei euch, wie ihr es schon sagt, die man gerne mit hochheben oder mal erwähnen würde. Ein ganz wichtiger Spieler, der mir im Endeffekt hier auch noch eigentlich immer zu kurz kommt, oder wir haben ja eine Saison gefühlt ohne Stürmer gespielt. Wenn du jetzt aber schaust, was wir, wenn du dann einen Spieler hast wie Boré, der ohne Pause und ohne richtiges krasses Leistungstief, weil wenn du überlegst, er kam ja aus der, aber was war das für ein Cup, wo er noch gespielt hat, ist das nicht hier? Der Südamerika-Kopper, der hast du ja nicht gesehen. Ja, genau, also da kam er ja, also hatte er eigentlich keine richtige Pause, hat performt. Er hatte überhaupt keine Pause, der hat die komplette Saison bei seinem vorherigen Verein gespielt, dann hat er in der Sommerpause die hier, äh, Kopper de Südamerika, de la Chanson, irgendwas gespielt, dann in die Bundesliga, immer dann, wenn, wenn Länderspielpausen waren, war er ja dann auch mit Kolumbien da wieder irgendwo unterwegs mit, irgendwie hier gegen Argentinien und hast du nicht gesehen, also erstmal Flugreisen und dann irgendwie nachts um, bis nachts um eins da gegen, weiß ich nicht wen, auf dem Platz gestanden, Donnerstagabend, Freitag im Flieger zurück und Samstag dann teilweise mit der, bei der Eintracht wieder in der Bundesliga auf dem Platz. Also was der an Programm abgerissen hat, ist halt auch absoluter Wahnsinn. Und das bis zum Ende und schießt uns im Finale in Sevilla, äh, zum Sieg, äh, also das muss man ja auch, äh, immer wieder betonen, wie, wie wichtig auch sein Beitrag war und diese, diese Kaltschnäuzigkeit, ähm, ja, das ist schon, das ist schon jemand, der kommt mir manchmal, in manchen Rückblicken auch etwas zu kurz klar, er ist manchmal ein Chancentod, ja, es ist, er braucht manchmal ein bisschen viel, äh, und hat auch gerade am Anfang viele Bälle nicht sofort so genetzt, ähm, da, aber, aber, aber ist er ja auch nicht, also, richtig, es ist kein Knips, kein, kein, die Stürmerposition ist eigentlich ja gar nicht das, was er, genau, das ist eigentlich das Thema, dass man ihn da jetzt in diese Stürmerposition einsortiert, weil er halt auf dieser Position halt bei uns eigentlich als Mittelstürmer gespielt hat, aber er ist halt eigentlich kein klassischer Mittelstürmer, er hat ja von Anfang an gesagt, dass er einen Spieler, einen klassischen Mittelstürmer neben sich braucht, weil er halt jemand ist, der sich halt auch mal fallen lässt, mal auf die Außen geht, also er ist halt nicht dieser klassische Spieler, der halt wie ein Silber oder was weiß ich, was da vorne drinsteht und halt die, die Dinge verwandelt, das ist halt nicht sein Ding, er ist halt eigentlich eher so, ja, was ist das klassische hängende Spitze, so ein Neuner mehr, ähm, also es ist halt schon, er ist halt ein komplett anderer Spielertyp und trotzdem hat er diese Tore gemacht und war immens wichtig, auch in dieser Dreierkombi dann von einem, von einem Lindström und Büro, äh, Büro, äh, Büro und, äh, Kamada, ähm, die sich dann ja dann in der Hinrunde da mehr oder weniger gefunden hatten und dann ja einfach auch dieses sehr verlässliche Sturmtrio da vorne waren, wo man ja dann auch immer so ein bisschen Überlegungen hatte, na, wen muss ich, wenn ich davon jetzt einen rausnehmen muss, wen lasse ich denn jetzt draußen, weil eigentlich so richtig lassen wollte, man es bei keinem. Ja, aber finde ich wichtig, dass wir ihn hier nochmal aufgeführt haben auch, weil, wie Dennis schon gesagt hat, ich finde, der geht zum Teil ein bisschen unter, wurde auch übermäßig kritisiert, finde ich, er hatte ja auch so eine Phase, wo er, wo er gar nicht getroffen hat und man hat ihm auch selbst angemerkt, dass ihn das irgendwie sehr, ja, belastet hat, weil das wirklich einige Chancen waren, wo man sich denkt, okay, also, ne, da weiß er selbst, also, gut, da waren auch ein paar Dinge dabei, wo man sagen muss, da war es am Ende schwieriger, das Ding nicht zu machen, als ihn das Tor unterzubringen. Ja, eben, genau, und ich habe aber das Gefühl, er weiß und wusste das selbst, dass das jetzt, ne, also, dass das nichts war und trotzdem hat er es halt nicht aufgegeben und ich finde auch krass, ähm, was er für, was er da abreißt, so, so leistungstechnisch, aber auch, was er für ein Pressingspieler ist, also, der macht ja die ganze Zeit Radau vorne, also, der rennt ja hin und her und ich, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Spieler für, für Glasners Fußball einfach, den er so spielen lassen hat, spielen lassen will, ähm, von daher eigentlich ein unerlässlicher Spieler und, ähm, der, finde ich, so ein bisschen unsung hero, wobei sich das so ein bisschen, ähm, gedreht und gewendet hat mit dem Europa-Cup-Sieg, finde ich, also, da hat er ja nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt und dann ja auch, ähm, ja, den Entscheidenden verwandelt und alles, der Rest ist Geschichte. Ich glaube, damit hat er zumindest so ein bisschen die, die Anerkennung auch bekommen, die er letztendlich für die ganze Saison auch verdient. Ja. 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 Sehr, sehr wichtig, ja. Aber im Grunde kannst du eigentlich so ziemlich alle Spieler aus so unserer Top, was waren es, werden es am Ende gewesen sein, 13, 14 Spieler, die halt so die meiste Spielzeit bekommen haben und da immer wieder aufgestellt worden sind. Deswegen tut man sich ja auch so schwer, also, wie du schon gesagt hast, diese Classics wie Kostic oder so, die, die kannst du ja auch nicht rauslassen. Dann hast du einen Deaker, einen Tutor, einen Tutor, der auch übrigens einen richtig krassen Sprung gemacht hat. Ja. Ähm, Linström, der neu dabei ist und sich sofort, äh, ziemlich gut eingefunden hat und Spaß macht und wo wahrscheinlich noch viel kommen wird, hab ich zumindest das Gefühl. Ähm, also, da sind so viele Spieler, die du einfach gar nicht erwähnt hast. Ähm, auch, auch Hinteregger hat einige Spiele gemacht nach seinem Tief, die richtig gut waren. Also, da gibt, da gibt's viele, viele Spieler, die man eigentlich hätte nennen müssen, aber die, die wir jetzt ja nicht alle einzeln betrachten können. Ja, oder auch so ein Hasebe, der mit seinen 38 Jahren da halt immer wieder, äh, Spiele abreißt, wo du dir auch denkst, wo nimmt der die Energie her? Oder ein, ein Rode natürlich ganz groß in den, in den Euroleague-Spielen und halt dann auch im, im Finale mit der Kopfverletzung, wo du sowieso schon irgendwie lange überlegt hast, gesagt hast, okay, wie viele Spiele kann der mit dem doch geschundenen Körper da überhaupt noch machen? Und dann reißt der halt solche Spiele dann da einfach auch immer wieder ab. Ja. Dazu gehört auch noch Jakic, also, der hat auch irgendwie wie Faust aufs Auge gepasst zur Eintracht und ja, auch irgendwie seinen Beitrag. Also, man merkt, ich glaub, wir könnten jetzt hier irgendwie ewig weitermachen und bei, bei jedem der Spieler, die jetzt wirklich hin und wieder oder des Öfteren auf dem Platz standen, irgendwie was hervorheben, was letztendlich zum Gesamtgebilde beigetragen hat, weil es halt auch wirklich eine Mannschaftsleistung war im Endeffekt. Ja. Also, das auf jeden Fall. Und da bin ich halt echt gespannt, wie sich das jetzt dann in der neuen Saison, da sind wir jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, noch nicht so richtig im Ausblick, aber trotzdem ja auch die Thematik, wie entwickelt sich das jetzt in der neuen Saison, wenn jetzt wieder doch auch ja eine ganze Reihe an Spielern, die jetzt ja schon feststehen, dazukommen. Unklar ist, welche Spieler jetzt dann aktuell die Eintracht noch verlassen werden. Ich glaub, da gibt's ja auch noch heftige Diskussionen bei der ein oder anderen Stelle. Also, das wird halt jetzt auch noch spannend zu sehen, wie sich jetzt dieser Umbruch an dieser Stelle einfach auch fortsetzen wird. Weil, dass da jetzt definitiv was passiert, ich glaub, das ist uns allen bewusst. Das ist so ein Punkt, wo ich so ein bisschen, wenn, auf der einen Seite freue ich mich auf die neue Saison, auf der anderen Seite bin ich da auch noch so ein bisschen, hab ich so ein bisschen Angst. Ist das so? Du hast tatsächlich Angst. Okay. Also, ich muss sagen, bei mir ist reine Vorfreude. Liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr diese Panik, du musst ja eigentlich, wenn du den Pressekonferenzen oder auch den Aussagen in den Interviews richtig Glauben geschenkt hast, dann hätten wir hier jetzt mit einer Rumpeltruppe am Ende spielen müssen, weil du gezwungen gewesen wärst, Spieler zu verkaufen, zwangsläufig, weil du eklatante Lücken in deinem Haushalt hättest schließen müssen, die du hättest gar nicht, ohne dass die Spieler gehen, auch nur ansatzweise hättest aufbringen können. Jetzt, ich muss nicht, ich spreche nicht mal davon, dass wir jetzt hier die großen Verpflichtungen vielleicht, also eigentlich hat mir das ganz gut gefallen, dass du auch teilweise auf eher noch nicht so Bekannte, die kosten aber halt heute auch schon, sag ich jetzt mal, 10 Millionen musst du mindestens hinlegen, damit du einen bekommst, der zumindest das Entwicklungspotenzial hat, in zwei Jahren das zu zeigen, was er kann. Und das ist hier schon sowas. Vielleicht ist Angst auch zu viel, vielleicht ist es eher so Nervosität. Und ich will ein bisschen verstehen, was ist jetzt das System, was man vorhat, was will man da jetzt machen, wie passen diese Verpflichtungen zueinander. Man hat viele Innenverteidiger geholt, was ja so ein bisschen dann drauf schließen lässt, dass da doch auch wichtige Spieler jetzt irgendwie gehen. Zu welchen Konditionen gehen die, wer geht da nachher irgendwie wirklich, wie ist das System, was dann da irgendwie passieren soll. Also das, dann vielleicht weniger Angst, sondern mehr Nervosität an der Stelle. Aber es ist schon auch bei dir Freude da, oder die Freude darüber, dass du nicht gezwungen bist, Handlungen einzugehen. Du kannst zumindest mit in den Poker einsteigen, auch um die Spieler, die da sind. Ja, wobei du natürlich auch jetzt sagen musst, da sind halt jetzt auch ein paar Spieler dabei, wie ein Kostic zum Beispiel. Nehmen wir den mal als Beispiel. Der ist halt jetzt im letzten Vertragsjahr. So, du hast halt jetzt exakt eine Chance, mit dem Spieler noch Geld zu machen. Und da muss man halt auch so realistisch sein. Die Eintracht ist genauso in Wirtschaftsunternehmen wie die anderen Fußballvereine auch. Du kannst es dir eigentlich nicht erlauben, den Spieler jetzt auf Biegen und Brechen dieses Jahr noch irgendwie zu halten. Klar wird er dann Leistungen bringen und wird vielleicht auch dazu beitragen, dass du über die sportliche Leistung irgendwie Geld einnimmst. Aber das, was du wahrscheinlich mit dem Verkauf des Spielers einholst, ist erstmal prinzipiell höher. Also du bist da schon so ein bisschen unter Zugzwang. Ja, aber wenn jemand weiß, dass du das Geld dringend brauchst, wird glaube ich auch das Angebot niedriger ausfallen. Dann ist das Angebot niedriger. Wie es hier bei Juve aussieht, klar, wenn die wirklich Interesse haben. Es geht ja viel auch hier um die, das haben wir ja immer gesehen, wenn du blank bist, dann wirst du noch mehr ausgeräubert, als wenn du ein bisschen Geld auf der Kante noch liegen hast. Nein, ich will das nicht kleinreden und auch nicht sagen, die Spieler bleiben jetzt alle und wir haben jetzt hier unsere Mannschaft. Es lag nur irgendwie in der Luft, fand ich zumindest, bevor wir diesen Sieg hatten in der Euroleague und diesen Befreiungsschlag, dass du weißt, Mensch, allein durch das Antrittsgeld bei der Champions League und so weiter und so fort, hast du jetzt hier ein paar Millionen, mit denen du auf keinen Fall hättest rechnen können. Hast du nicht diese Situation, dass du bei jedem Spieler, der einigermaßen gerade den Ball spielen kann, eigentlich den Hintergrundzwang hast, eigentlich müsstest du ihn verkaufen und gucken, ob du nicht irgendwo einen günstigeren Ersatz bekommst. Und das ist eine schöne Sache, dass du hier jetzt mit einem gestandenen Gerüst arbeiten kannst. Es werden Spieler verlassen, das ist klar, du sagst es, ein Kostic, bei Endika, ich weiß nicht, wie weit da jetzt die Gespräche fortgeschritten sind, das sind alles Sachen, wo du auch gutes Geld verdienen kannst. Auch Hinteregger, wir wissen ja alle um die Thematik. Man muss einfach schauen, was los ist und was jetzt kommt. Trotzdem finde ich es sehr beruhigend, dass du wieder mehr die eigenen Karten mal ausspielen kannst und mal sagen kannst, wir wollen oder im Worst Case, dann geht halt Kostic im nächsten Jahr ablösefrei. Das wäre natürlich bitter, aber jetzt vielleicht kein komplettes Armutszeugnis mehr, wo du sagen kannst, danach können wir den Laden zumachen, weil das war die schlimmste Erfahrung, weil wir kein Geld eingenommen haben. Aber vielleicht bin ich auch zu naiv. Es werden jetzt mit Sicherheit nicht die Transferbudgets der nächsten drei Jahre von dem Transfer des einen Spielers irgendwie abhängen. Das jetzt nicht, aber so ein bisschen, ich finde schon, dass du gerade, weil es ja auch wichtige Spieler sind und wahrscheinlich auch damit dann einfach auch bei vielen anderen Mannschaften, gerade jetzt auch durch die Euroleague, eher so auch in den Fokus gerückt hast. Du halt mit Kamada in Dika und kostet schon drei Spieler, wo du jetzt dir überlegen musst, jetzt noch die Kohle irgendwie mitnehmen oder halt einfach nicht. Das ist schon eine anstrengende Situation, würde ich es jetzt mal nennen. Stimmt, Patricia, was ist dein Take? Was meinst du? Werden uns die drei belassen? Bringt uns das weiter? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, dass also in Dika irgendwie, da habe ich mich schon fast mit abgefunden. Ich habe jetzt nichts Konkretes gehört. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt nicht so krass mit diesem Transferrummel bisher beschäftigt. Glaube aber, dass er gehen wird. Man hat ja auch schon Innenverteidiger geholt. Also die Eintracht arbeitet da ja quasi dran, irgendwie da gut aufgestellt zu sein. Kostic bin ich auch noch nicht über den Berg. Also ich glaube auch, dass der nochmal gehen könnte, einfach weil er sich dann diesen Traum von der Topmannschaft im Ausland vielleicht erfüllen kann, was auch vollkommen legitim wäre. Also letztendlich ist er trotzdem eine Legende hier und hat trotz mancher Widrigkeiten und er wollte ja schon weg, hat trotzdem immer alles gegeben für den Verein. Deswegen auch da kein böses Blut. Ich sehe es noch einigermaßen entspannt, auch wenn ich natürlich, wenn es dann feststeht, dass der ein oder andere Spieler geht. Ich weiß ganz genau, dass ich rumheulen werde. Aber letztendlich habe ich dieses Grundvertrauen erst mal, was wir uns jetzt über die letzten Jahre zum Glück irgendwie erlauben können in die Verantwortlichen bei der Eintracht. Also ich habe das Gefühl, da wird gute Arbeit geleistet. Da ist man auf viele Situationen vorbereitet und denkt einfach mittel- bis langfristig zumindest ordentlich. Also das sind alles keine Schnellschüsse, die da passieren. Und von daher freue ich mich auch so ein bisschen auf, auf was da kommt in der neuen Saison. Also man hat jetzt einen Stürmer mit Colomuani. Da freue ich mich richtig krass drauf. Und ich glaube, er hat auch Bock. Also der hat ja, als er den Vertrag unterschrieben hat, überhaupt nicht daran gedacht, dass er bei einem Champions-League-Verein am Ende landet. Also er hat den Vertrag unterschrieben und dachte, naja, vielleicht wird es Euroleague. Vielleicht ist man auch gar nicht europäisch, aber er ist halt in der Bundesliga dann unterwegs. Und jetzt kommt er hierher und spielt Champions League. Also ich glaube, der hat schon auch nochmal in den letzten Wochen richtig Bock bekommen. Von daher, da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit der Dreier-Viererkette-Geschichte. Ob Olli Glasner der Trainer sein wird, der irgendwann mal die Viererkette bei der Eintracht einführen kann, erfolgreich. Da sind ja auch schon einige dran gescheitert. Er selbst zum Beispiel schon. Mit dem Spielermaterial vielleicht. Also Buta deutet, finde ich, drauf hin. Man ist ja jetzt auch an einem türkischen Spieler dran. Yilmaz, glaube ich. Auch das deutet irgendwie eher auf Viererkette hin. Ist ja ein Linksverteidiger, wenn ich richtig liege. Das sind alles spannende, spannende Spieler und Ideen, die da scheinbar im Hintergrund schon heranwachsen. Und ja, deswegen, ich freue mich sehr und bin auch gespannt, wie das dann alles mit Champions League wird. Das ist auch was Neues für die Eintracht. Und deswegen schon sehr aufregend. Und bisher, wahrscheinlich auch, weil noch nicht dieser große Abschiedsschmerz da ist, bin ich da noch einigermaßen entspannt und voller Vorfreude. Aber ich glaube, die traurigen Tage kommen noch, wenn es dann irgendwie doch feststeht, dass einer der Spieler, die einen jetzt jahrelang begleitet haben oder die man hier vielleicht auch heranwachsen sehen hat. Also ein Indica hat sich ja zum Beispiel hier krass gemacht. Das wird schon traurig, den dann gehen zu sehen. Aber man kann es ihnen am Ende, und das hat es ja vorhin doch angedeutet, eigentlich nicht, also das heißt eigentlich, man kann es ihnen nicht verübeln. Ja, sie haben hier super Leistungen gebracht, sie haben sich hier einen Legenden-Status in Frankfurt erarbeitet. Und wenn du halt die Chance hast, für einen anderen, für einen europäischen Top-Verein zu spielen und auch wenn Juve jetzt dieses Jahr nicht Meister geworden ist, aber es ist halt schon nochmal eine andere Nummer, da vielleicht nochmal einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag irgendwie da mitzunehmen. Ja, also da kann man, das kann man da halt auch den Spielern nicht verübeln. Und man hat es uns gerade angesprochen, Indica hat sich super entwickelt, der ist noch super jung. Und einfach, wenn der eine Möglichkeit hat, da jetzt irgendwie in die Premier League oder irgendwas zu gehen, muss man halt auch sagen, wäre ja selbst auch irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gefallen, wenn er das nicht machen würde. Also ich glaube, da bist du auch als Fußballspieler, ist das so dieses nächste große Ding einfach. Indica ist so jung, der hat so viel Potenzial sogar noch und ist jetzt schon einer der Besten. Also das ist klar, dass man den nicht auf Dauer halten kann. Auch ein Kamada ist auch schade, wenn der geht. Das ist vielleicht sind viele mit ihm nicht warm geworden, aber letztendlich ist das einer der intelligentesten Spieler, die die Eintracht hat. Das wird auch traurig und schwierig irgendwie zu kompensieren. Aber das Gute ist irgendwie, finde ich, es bieten sich trotzdem dann auch immer Chancen. Also erstens, wie ihr schon herausgearbeitet habt, man verdient daran gutes Geld. Die Eintracht hat da Möglichkeiten. Und zweitens, es kommen immer frische Spieler nach, die sich beweisen wollen, die vielleicht dann der neue Indica oder irgendwie der neue Kamada sind, die sich hervortun und dann Startelf sind und sich hier entwickeln. Und ja, es sind halt letztendlich immer Chancen. Und in den letzten Jahren hat man so viele Spieler verloren und trotzdem hat sich der Verein gut weiterentwickelt und man konnte es doch immer irgendwie retten. Und wie oft haben wir schon gesagt, oh nein, jetzt geht der oder oh nein, jetzt ist der Trainer weg und der Vorstand weg. Und letztendlich hat sich alles zum Guten gewendet. Deswegen, ja, ich glaube, da muss man einfach darauf vertrauen, dass sich das, ja, dass das einfach der Zyklus ist, der in diesem Geschäft herrscht und dass das aber auch okay ist und dass man dafür spannende neue Aufgaben und spannende neue Impulse bekommt. Und das wird schon alles werden. Also aktuell freue ich mich noch sehr. Sehr gut. Ja. Zurecht. Zurecht. Wir sind ja auch noch in der Freudenphase und zu sehr mit diesem ganzen Transfer-Hickhack, das ist eine sehr gute Taktik auch, Patricia, sich zu tief jetzt schon in diesen Kosmos zu begeben. Ist sowieso immer Harakiri, weil ja hier, was da teilweise an Meldungen fünfmal am Tag, äh, über irgendwelche Ticker oder irgendwelche, äh, die ganzen Gerüchte, die da irgendwie rumfliegen. Ja, ja. Also da, da wird man, glaube ich, wenn man sich da auf jedes stürzen würde, äh, dann braucht man entweder so gute Nerven oder man ist ein komplettes Wrack und kann leider nichts machen. Oder man hat da besonders viel Spaß dran. Es gibt ja diese, das fairmarkt.de Gerüchte, Leute, die da richtig Spaß dran haben, jedes kleinste Gerücht auseinanderzunehmen und in Träumen zu schwelgen oder was weiß ich was. Und ich bin halt. Ich bin halt gar nicht der Typ. Es nervt das ehrlich gesagt. Die führen aber auch im Nebenberuf dann irgendwelche Relevanzdiskussionen bei der Wikipedia oder irgendwas wahrscheinlich. Oder ist das die selbe Kategorie? Das passt wahrscheinlich. Ja, jeder hat so seine Vorlieben und, äh, Freizeitbeschäftigung. Meine ist es nicht. Ich glaube, ich steigere mich auch immer zu sehr rein und, äh, nee. Ich arbeite lieber mit dem, was, ähm, irgendwie heißer gekocht wird und dann auch finalisiert wird und dann irgendwie dann noch Spaß zu wissen, wer kommt jetzt und was ist das für ein Spieler, sich so wirklich mit denen zu beschäftigen, die auch wirklich, ja, feststehen oder zumindest ziemlich sicher unterwegs sind. Ja. Da gehst du einen guten Weg. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein, ein gutes Ding. Und ich glaube, bis jetzt hier offiziell das eine oder andere wird, macht es auch keinen Sinn, sich diese ganzen Transfergerüchte anzugucken, weil da ist ja wirklich zum Teil maximal absurdes Zeug drin. Jo. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so weit hin, bis die neue Saison anfängt. Also am 27. Juni startet ja ganz offiziell, äh, die Vorbereitungszeit. Das ist ja schon in zwei Wochen. Also ist gar nicht mehr so weit hin und dann geht es ja auch, ähm, Mitte Juli dann ja auch ins Trainingslager und dann stehen die ersten, ähm, die ersten Trainingsspiele auch an und dann kommt ja auch, äh, kommen ja auch die ersten Pflichtspiele schon am 29. Juli DFB-Pokal. Also 29. Zwischen 29. und 1. August. Also irgendwo da ist ja, ähm, DFB-Pokal-Biel. Oder nee, es war jetzt schon, wir hatten schon das Datum, ne? Ähm, haben wir? Ich weiß gar nicht. Ja, die Auslosung war ja schon, aber war da auch ein Datum mit dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nein, nein, nein. Die Datum stand noch nicht fest, ne? Also irgendwann an der, an dem Wochenende. Ist, glaube ich, noch offen, ja. Genau, und dann startet ja auch die Bundesliga und dann ist ja auch nichts zu vergessen, müssen wir ja auch noch, total traurig, ähm, den UEFA Supercup spielen. Seid ihr traurig, dass es jetzt Real geworden ist und nicht Liverpool? Also ganz dekadent gefragt? Also ganz dekadent geantwortet. Ich weiß, äh, viele mögen es nicht, aber ich habe immer so eine Schwäche für Real Madrid gehabt. Echt? Ja. Warum? Also das, was für viele Barca ist. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele so, so Barca-Leute, die das irgendwie schon immer cool fanden. Bei mir war das immer Real Madrid, ähm, von daher, ähm, bin ich da gar nicht so traurig drüber, weil ich es halt krass finde, dass einfach, das war halt für mich immer eine komplett andere Dimension als die Eintracht. Das ist ja irgendwie schon fast nicht der gleiche Sport, den die gespielt haben, weil das immer auch unterschiedliche Wettbewerbe, sowieso unterschiedliche Ligen und so weiter und so fort, aber auch komplett andere Dimensionen, in denen diese Klubs agiert haben. Und jetzt treffen die in einem Pflichtspiel aufeinander, finde ich schon krass und ich bin da ehrlich gesagt gar nicht traurig drüber, aber ich kann es auch verstehen, wenn viele sich vielleicht Liverpool gewünscht hätten, einfach weil das ja auch ein attraktiver Verein ist, muss ich sagen. Und da auch viele coole Sachen dran zu finden sind. Also Liverpool ist auch ein Verein, der seinen Reiz hat, muss ich sagen. Hast du dich denn gefreut, René? Nee, nicht, also, du meinst jetzt auf Real? Ja. Nee, aber ich habe halt auch so das Thema, ich kann halt mit spanischen Vereinen in der Regel überhaupt nichts anfangen. Also zumindest so die ersten fünf der spanischen Liga gehen mir halt alle irgendwie auf den Keks. Ich finde die alle irgendwie maximal ignorant und hochnäsig, aber das ist ja, ich glaube, in der Premier League ist das das Gleiche und League A und hast du nicht gesehen. Aber ich kann halt mit spanischen Mannschaften generell wenig anfangen. Ich hätte mich halt über Liverpool gefreut, weil ich halt dann Klopp sehr mag und damit dann halt auch irgendwie so zwangsläufig Liverpool nicht einfach ein spannendes Duell gefunden hätte. Unter dem Strich ist es, wie Patricia sagt, einfach absoluter Wahnsinn zu wissen, dass unser Verein, unsere Eintracht gegen so eine Mannschaft in einem Pflichtspiel spielt, auch wenn es jetzt einfach irgendwie so ein eigentlich auch absolut unnötiger Pokal ist. Aber ich meine, am Ende kriegst du damit halt auch wieder, was war es, Teilnahme sind zwei Millionen und wenn du gewinnst, kriegst du nochmal irgendwie zwei Millionen. Also es bringt halt auch wieder Geld in die Kasse. Auf jeden Fall. Man kriegt ja quasi auch als Verlierer ein paar Millionchen. Das ist so oder so ein guter Deal. Ja, also für die Eintracht sind halt immer noch irgendwie vier, fünf Millionen ist halt immer noch eine Menge Geld. Genau, man kann von dem Vermarktungsquatsch ja begeistert sein oder weniger, aber es bringt auf jeden Fall gut Kohle jetzt in die Kasse für die Eintracht. Was ich ja hoffe und das wäre natürlich ein absoluter Traum wäre, wenn wir dieses, ich sag mal, Eintracht Frankfurt Trauma aus Sicht der spanischen Klubs einfach nochmal weiterführen. Denn man muss ja sagen, ja, ich glaube, da könntest du dir einen sehr, sehr großen Namen machen, wenn du auch noch Real Madrid hier in diesem Jahr rasierst und da gewinnst. Sagen wir es mal so, wir würden wahrscheinlich in Barcelona wieder mehr Freunde bekommen, wenn wir genauso gut dann auch Real einfach da niederringen. Du hast es doch schon gesagt, René, du hattest Betis, bist weitergekommen, du hast Barcelona gehabt, bist weitergekommen, jetzt gewinnst du noch gegen Real. Also größere Namen hier, Atletico, klar, könnte noch irgendwann kommen. Vielleicht in der Champions League, mal sehen, genau, nein, es ist schon der Wahnsinn, also das ist immer noch unfassbar und man muss auch mal träumen dürfen. Und da ist auch ein Sieg gegen Real Madrid, das wäre natürlich mal was, was sehr gerne auch auf einem kleinen, mit einem kleinen Haken versehen werden darf. Nein, ist einfach cool, ich mag eigentlich beide Klubs in Anführungszeichen, mir war es eher egal, ob Liverpool oder Real Madrid, aber ich freue mich drauf, wenn es dann wieder losgeht. Ich freue mich aber jetzt auch momentan drüber, einfach noch das Alte zu genießen, weil ich schon ziemlich ausgepowert war jetzt auch. Die Runde war dann doch, das ging ganz gut an die Nerven und an die Ausdauer, wie sagt man, einfach an die Substanz. Ich bin richtig, richtig platt gewesen, gerade auch nach dem Sieg dann in Sevilla, das war natürlich dann krass gewesen. Also da ging bei mir erstmal gar nichts mehr, ich konnte es immer noch gar nicht fassen, habe fast, ich weiß gar nicht, zwei Wochen gebraucht, um es irgendwie zu realisieren, so ungefähr. Ja, nein, wirklich, wirklich heftig. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, okay, cool, langsam kann ich mich wieder mit dem Thema Fußball beschäftigen. Und wie auch Patrizia schon gesagt hat, man ist momentan zum Glück auch noch nicht zu sehr in diesen, ich gehe in jedes Forum rein und was ist ja eigentlich, was schreibt der, was schreibt der, oh Gott, oh Gott. Und macht mich da komplett verrückt, sondern ich schwimme momentan so mit dieser Welle mit und das tut mir ganz gut. Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich glaube, die Reise mit der Eintracht ist hier noch nicht zu Ende, dass wir sagen, jetzt haben wir mal einmal das geschafft irgendwo dahin, sondern ich glaube, das ist ein Verein, der sich ja auch da in diesen thematischen Einzelspielen dann auch in der Champions League sicherlich reinhängen wird, sicherlich alles geben wird. Die Fans sowieso überall mit hinreisen, wo sie hinreisen dürfen und ja, oder auch nicht dürfen, aber das wird sich dann alles ergeben. Also eine coole Zeit steht uns da voraus und die Vorfreude ist eigentlich schon da. Ja, ja. Ich bin noch sehr positiv, ihr merkt es. Ich konnte mich mit der anderen anderen… Ja, kann ich aber auch verstehen. Also ich fand auch, es war eine extrem anstrengende Saison. Mein Akku ist auch maximal leer. Ich bin jetzt auch durchaus froh, wenn wir einfach mal zwei, drei Wochen jetzt, trotz dessen, dass wir jetzt schon zwei Wochen einfach aufgrund von Terminschwierigkeiten hier keine Folge aufgenommen haben, und bin jetzt auch mal ganz froh, wenn wir jetzt einfach mal zwei, drei Wochen haben, wo jetzt keine hoffentlich großen Aktivitäten sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um einfach hier mal wieder komplett den Akku aufzuladen. Ja, von daher kann ich das voll und ganz verstehen. Ja. Und dann dürfen wir auch alle nicht vergessen, uns den, was war es, 25. August, ne? Ja, 25. August, Auslosung, Gruppenphase, Champions League. Oh, okay. In den Kalender einzutragen. Wird gemacht. Aber es könnte tatsächlich Atletico auch in der Gruppenphase sein, die sind nämlich in einem anderen Topf als wir. Ja. Das steht nämlich schon fest. Weil sie nur Dritter wurden? Korrekt. Und damit sind sie in Topf… Wie überheblich. In Topf 2. Barcelona ist aber auch in Topf 2. Also es könnte auch Barcelona dann nochmal sein. Oder vielleicht dann doch auch Lever. Feindlich wäre nicht Topf 1, ist meine Meinung. Ja. Ist einfach, also sehr unangenehm, aber gut, muss halt jeder Verein auch für sich setzen. Ja, jeder macht mal Fehler. Sehr gut, ja. Könnte dann auch Liverpool sein. Die sind auch in der Topf 2, weil sie auch noch Zweiter geworden sind in der Premier League. Guck mal, vielleicht kriegen ja die Leute, die sich auf Liverpool gefreut hätten, noch ihre Liverpool-Begegnung. Ja, also das wäre halt schon, wenn du da guckst, dass da vier Mannschaften kommen können, das kann auch… Das wird auf jeden Fall cool. Also es kann auch nicht ganz schön schlagfest werden. Gruppenphase wird schon herausfordernd. Also wir können ja mal gucken, was heute schon feststeht. Ich gucke hier in den aktuellen Wikipedia-Eintrag. Also Topf 2 ist schon voll, da hast du doch durchaus interessante Namen drin, wie Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juve, Atletico, FC Sevilla, Leipzig. Wäre natürlich auch maximal unglücklich. Geht nicht, oder? Du kommst nicht gegen deutsche… Ach, du kommst ja nicht gegen deutsche Mannschaften. Okay, dann fein. Tottenham, auch nicht so geil. Topf 3, okay, Dortmund ist raus. Dann hast du Salzburg, Donetsk, Inter, Neapel, Sporting. Okay, Bayer ist dann auch wieder raus. Und dann hast du ja noch Topf 3 und 4, da kommen ja ganz viele aus den Playoffs noch rein. Ich glaube, Marseille steht für Topf 3 fest, soweit ich das gesehen habe. Und für Topf 4 hast du zumindest schon mal Brügge und Celtic. Also das kann halt schon einfach, wenn du mich hast, eine richtig eklige Gruppe werden. Ja, aber cool. Aber wie gesagt, freuen wir uns einfach drauf, was da kommt. Und du sagst ja 25. August. 25. August, 8. Auslosung, Gruppenphase. Bis dahin weiß man, wer in den einzelnen Töpfen drin sind. Und dann, er kennt ja alle das Spiel, schnell sein, was die Reiseportale angeht, weil die Preise werden steigen. Richtig krass steigen. Und am besten jetzt schon überall in jedem möglichen Verein Mitglied werden. Das wisst ihr ja. Ja, vielleicht jetzt einfach vorsorglich auch schon mal an bestimmten Stellen versuchen, irgendwie Hotelzimmer zu buchen, aber dann darauf achten, dass ihr es ja auch wieder stornieren könnt. Besser wäre es, ja. Ja, 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 ja. Ja, wird auf jeden Fall geil. Und ich freue mich jetzt auch schon richtig drauf, diese Hymne im eigenen Stadion zu hören. Das ist auch so ein Erlebnis, wo man immer davon geträumt hat. Und jetzt wird es wahr und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass das sehr wahrscheinlich so schnell nicht nochmal passieren wird. Also, wenn man das mal live erleben will, ist jetzt für eine vermutlich sehr lange Zeit eine Chance dafür gekommen. Ja. Wir hatten euch da draußen ja auch noch nach Audio-Feedback gefragt und zumindestens eins möchte ich hier noch abspielen. Das blickt nochmal ein bisschen zurück auf die Europa League. Da hat uns der Demi nämlich was geschickt. Ich lasse das hier mal laufen. Oho. Hallo, liebes Eintracht-Podcast-Team. Ihr habt ja nach Zuschauer Meinungen gefragt zur bisherigen oder zur letzten Saison, die ja, wie wir alle wissen, relativ erfolgreich war. Und ja, also das Ganze, die ganze Saison war natürlich ein Highlight, zumindest die Europa League-Saison. Da habt ihr natürlich sehr viel drüber gesprochen. Da werden auch die anderen Zuhörer das ein oder andere Wort verlieren. Ich würde aber gerne nochmal vielleicht das ein oder andere Wort zum DFB-Trainingslager verlieren, weil ich da vor Ort war und mit Kevin Trapp gesprochen habe. Und das war dann so ein bisschen mein Magic-Moment slash Highlight nach dem Europa League-Titel zumindest in dieser Saison, weil wir da noch ein bisschen über die, über dieses letzte Finalspiel gesprochen haben. Und auch Kevin Trapp nochmal hervorgehoben hat, wie krass Christopher Lenz oder Lenzi, wie er gesagt hat, dass er ja wirklich so ein Typ ist, der einfach wirklich Nerven aus, wie sagt man, Drahtseilen, Stahl, aus Stahl hat. Stahl sagt man so und das war halt wirklich, wo ihr ja dann auch in der Episode drüber gesprochen habt und Patricia das angesprochen habt. Wirklich an der Stelle nochmal wirklich Respekt, Christopher Lenz, was der da abgezogen hat, dass der da den Mut hatte und gesagt hat direkt, ey, ich schieße jetzt den ersten oder den letzten. Und der hat wohl auch laut Trapp die ganze Woche über quasi nur Elfmeterschießen trainiert. Aber ja, also es war wirklich noch verrückt, auch wenn die Schotten dann uns zahlenmäßig überlegen waren. Ich bin gerade eben tatsächlich, gucke ich mir das erste, das Spiel das erste Mal so richtig an nach dem Finale und es ist einfach nur verrückt, wie wahnsinnig laut unsere Fans dann waren. Und ja, im Endeffekt kann man eigentlich nur ein mehr als positives Fazit ziehen über diese Saison. Und an der Stelle auch wirklich vielen, vielen Dank an euch, an alle, die da immer so fleißig mitwirken und in diesem Content uns liefern, Woche für Woche. Deswegen auch euch einen schönen Sommerurlaub an der Stelle und bis dahin. Tschüss, tschüss. Ja, der gute Christopher Lenz an dieser Stelle nochmal gewürdigt. Da hatten wir ja schon in unserem Rückblick auf die Europa League schon drüber gesprochen. Auch lustig, dass er halt wirklich einfach sich komplett auf dieses Thema Elfmeterschießen vorbereitet hat. Wirklich cool, ja. Aber danke fürs Feedback auch an der Stelle nochmals. Sehr cool. Schöner Audio-Beitrag. Nein, ja, ist auf jeden Fall eine Person, die wir heute noch nicht gesprochen hatten. Deshalb auch schön, dass sie hier nochmal einen Beitrag dazu, genau, dazu ist eigentlich nichts beizutragen. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache und ja, prima. Ja. Ich glaube, bei uns allen ist jetzt hier irgendwie gerade auch ein bisschen der Akku leer. Es war jetzt auch nochmal anstrengend, auf die Saison zurückzugucken. Deswegen würde ich jetzt einfach ganz dreisterweise mal so ein bisschen Richtung Ziel gerade abbiegen. Gerne. Es sei denn, ihr habt noch ein Thema, was ihr hier unbedingt ansprechen wollt. 3, 2, 1, nein. Kurze Randnotiz. Dieses Thema rund um Martin Hinteregger, was da gerade abläuft, haben wir jetzt bewusst nicht angesprochen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil gefühlt jeder zu allem schon was gesagt hat. Und zweitens, weil die Kollegen von FußballkollegInnen von Fußball 2000, weil Patricia war ja auch mit dabei, muss man natürlich korrekterweise sagen, dass in einer sehr langen, ich glaube, ihr habt 50 Minuten über das Thema gesprochen am Ende, Folge am Montag wirklich von Anfang bis Ende sehr umfangreich aufgearbeitet haben. Und von daher haben wir uns jetzt einfach entschlossen, dieses Thema jetzt hier nicht nochmal aufzumachen. Wir verlinken euch an dieser Stelle einfach die Folge von Fußball 2000, wie wir das ja schon oft in der Vergangenheit getan haben. Und dann könnt ihr euch da nochmal wirklich in Gänze mit diesem Thema rund um Martin Hinteregger beschäftigen. Es gab so ein paar Audio-Probleme, hatte ich jetzt verstanden. Da wird es nochmal irgendwie eine Update-Folge in der ARD-Mediathek geben. Also wenn ihr da sagt, Audio ist wichtig, dann vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Tage warten und dann in der ARD-Mediathek gucken. Ich verlinke euch aber mal die YouTube-Folge und dann könnt ihr euch mit dem Thema da auseinandersetzen. Soviel zu dem Thema aktuell noch. Und bevor wir euch dann jetzt in eine Sommerpause entlassen, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Ich bin kontaktiert worden vom Klartext Verlag. Da hat der Gunther Burkhagen ein kleines Buch rausgebracht. Eintracht Frankfurt, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Da sind so eine Menge Kurzgeschichten, also was heißt Kurzgeschichten? Kurze Themen drin sind meistens irgendwie so eins, zwei Seiten, wo es mal um populäre Irrtümer geht, um Erlebnisse, um Spieler, um alles mögliche. Da sind eine ganze Reihe, wie gesagt, immer so auf ein bis zwei Seiten Themen, die dort behandelt werden. Es endet mit einem Pokalsieg, das Buch, allerdings mit dem veralteten Pokalsieg, würde ich es jetzt mal nennen, nämlich mit dem DFB-Pokalsieg 2018. Das ist das letzte Kapitel, was da drin ist. Es gibt am Ende auch da ein Quiz mit ein paar Fragen, die ihr beantworten könnt. Wahrscheinlich weniger spannend oder weniger lustig als das Quiz, was der Dom hier mit uns gemacht hat. Aber trotzdem auch ein paar schöne Fragen am Ende. Ich kann ja mal eine hier raussuchen. Ach, die ist schön. Wann wurde Anthony Jeboa geboren? 5.5.55, 6.6.66, 7.7.77. Wer weiß es? Wir jetzt? Anthony Jeboa. 6.6.6.6.6, weil ich noch einen Post für Fußball 2000 gemacht habe und das ist noch nicht allzu lange. Ah, okay, dann hast du geteatet. Aber gut, vom Alter her passt es ja dann noch. Genau, so schöne, spannende Fragen wie, wo kauft ja der Brasilianer Caio während seiner Zeit in Frankfurt seine Lebensmittel ein? Caleria Frankfurt auf der Zeil, Delikatessen, Plöger auf der Freskasse oder Tankstelle um die Ecke? Also typischer Tankstellen-Einkäufer, hätte ich gesagt, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Doch, ist richtig. Ja. Oh Gott, wie viel Geld hat er dann ausgegeben, weil er immer in der Tanke eingekauft hat? Aber das passt so sehr zu ihm. Aber da haben wir uns, da haben wir uns doch auch in den Folgen, habt ihr das schon wieder vergessen, haben wir uns in den Folgen doch auch des Öfteren drüber lustig gemacht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, nee. Nein, weiß er nicht mehr. Nee. Also da sind auch ein paar schöne Fragen drin, ist ein sehr schönes Buch. Ich habe schon ein bisschen drin rumgeblättert und das Schöne ist, die Damen und Herren vom Klartext Verlag haben uns zwei Exemplare zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch das Buch, da könnt ihr mal durch, oder was heißt das Buch, die Seite vom Verlag, da könnt ihr mal reingucken und ich verlinke euch ebenso ein kleines Kontaktformular. Da könnt ihr euch eintragen, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, damit ich weiß, wie ich euch kontaktieren kann. Und dann habt ihr jetzt einfach, wenn ihr Interesse habt an eins der beiden Bücher, die Möglichkeit, euch da in der nächsten Woche, also das läuft jetzt exakt sieben Tage, euch einzutragen. Und dann mache ich nächste Woche, ziehe ich einfach random zwei Personen aus der Liste und dann kann ich es, bevor ich in Urlaub fahre, noch verschicken und dann habt ihr vielleicht für euren Urlaub am, weiß ich nicht, am Meer, auf den Bergen, im Garten, auf dem Balkon, wo auch immer, ein bisschen Eintracht zum Lesen mit dabei. Das ist eine schöne Idee. Ja, sehr cool. Darf ich da auch mitmachen? Äh, nein. Nein. Mitglieder des Staffs sind, wie immer, von der Teilnahme ausgeschlossen. Aber ich kann dir mein Exemplar schicken, dann kannst du es in Urlaub lesen. Ja, 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 da müssen wir mal gucken, auf jeden Fall, gell? Genau. Sehr gut. Ja. Gut, das noch zum Ende, dann habt ihr noch ein bisschen Eintracht für die Sommerpause und dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Es ist auch dann am Ende wieder eine lange Folge geworden. Wir haben unseren Saisonblick eingelöst und gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und werden uns dann intensiv, denke ich, damit beschäftigen, wie das so mit den Transfers ist. Da müssen wir doch irgendwie Patricia in die Welt der Transfergerüchte irgendwie entführen. Ich glaube, das wird uns aber auch gelingen und dann werden wir mit hoffentlich wieder vollen Akkus in die neue Saison, in die neue spannende Saison mit vielen neuen Herausforderungen rein starten. Wir sagen nochmal Danke an dieser Stelle für alle euren Supporter draußen, wünschen euch eine schöne Sommerpause und melden uns zu gegebener Zeit wieder einfach mal auf den Social Medias im Auge behalten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Outro